Rund um den Brustringen, der VfB Stuttgart-Fan-Podcast. Natürlich, wir sind deutscher Meister und ich freue mich einfach nur über die Feier. Der, der zuerst wegbricht, der Verlierer, und der verliert komplett. Super! Party! Jugo! Stuttgart! Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustringen. Mein Name ist Lennart und wie immer ist auch heute wieder der Tom da. Hallo Tom. Hallo Lennart. Für diejenigen von euch, die uns heute zum ersten Mal hören, wir sind ein Podcast Rund um den Brustringen, wie der Name schon sagt, also Rund um den VfB Stuttgart. Wir setzen uns, der Tom und ich, setzen uns regelmäßig so alle zwei, drei Wochen zusammen und reden über alles, was seit der letzten Folge so Rund um den VfB passiert ist. Wir laden uns auch immer Gäste dazu ein und auch heute haben wir wieder einen Gast, das ist der Philipp. Hallo Philipp. Hallo, schönen guten Abend. Philipp, kennt ihr vielleicht von Twitter, magst du mal kurz deinen Twitter-Namen sagen? Ja, der ist Ed L. Pibet 12, als kleine Reminiszenz an den besten Fußballer, den es jemals gab, meiner Ansicht nach. Carlos Valderrama, Kolumbianer, in den 90ern ganz groß. Ja, der Wischmopp, sagt mir noch was. Ja genau, Herbert Fassbender hat ihn so genannt. Er hat mal bei der Übertragung der WM damals gesagt, dass, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, was Sie da vorne sehen und aussieht wie eine Klobürste, das ist Carlos Valderrama, der Spielmacher der Kolumbianer. Ja, sehr schön, sehr schön, ich erinnere mich. Ja, Philipp, wir haben erstmal, bevor du dich austoben kannst, wer du bist und woher du kommst, damit die Leute mehr erfahren als nur deinen Namen, haben wir erstmal drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Okay. Erste Frage ist, dein erstes Spiel im Stadion, erstes VfB-Spiel im Stadion. Wir hatten, in der Vergangenheit hatten wir viele Gäste, die früher anderen Vereinen angegangen haben und dann das erste Mal im Dreisam-Stadion waren oder in Bielefeld. Dein erstes VfB-Spiel? Puh, kann ich mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Mein Vater sagt, ich müsste drei oder vier Jahre gewesen sein, also es müsste so 82, vielleicht 83 gewesen sein. Gegen wen es ging und wie es ausging, kann ich euch leider nicht mehr sagen. Und so ab, ja, keine Ahnung, mit 5, 6, 7 habe ich dann die ersten Erinnerungen. Mein erstes Spiel, was sich wirklich eingebrannt hat, war ein 1 zu 2 gegen den Klub, gegen den ersten FC Nürnberg nach 1 zu 0 Führung. Und mein Dad und seine Jungs damals und ich irgendwie mit der Schoßkarte auf der Haupttribüne und wie man das so macht, gebruddelt in Stuttgart ohne Ende. Nachher noch, ja, die ein oder andere verbale Auseinandersetzung mit Nürnberger Fans im Parkhaus an der Mercedes-Straße hinten. Also war, ja, und ich an der Hand vom Papa irgendwie, ja, das ist so die erste Erinnerung. Müsste, keine Ahnung, 85, 86, 87 sowas gewesen sein. Und da war ich dann gerade mal auf der Welt, ne? Du kannst ja nichts spüren, kannst ja nichts spüren. Ja, sehr schön. Tom, möchtest du die zweite Frage an den Philipp stellen? Ja, lieber Philipp, was ist denn dein erstes Trikot gewesen vom VfB? Oder wann hast du es dir denn gekauft und wer war denn hinten drauf? Gekauft habe ich es mir nicht, sondern ich habe es geschenkt bekommen. Es war... Umso besser. Ja, genau. Es hatte Südmilch vorne drauf, war dieses Adidas-Shirt irgendwie mit den drei Streifen, die so seitlich einliefen, oben an der Schulter. Müsste also von der Mannschaft gewesen sein, irgendwo zwischen 90 und 92. Und auf den Rücken kommt prinzipiell nichts drauf, weil ich einfach denke, dass der Verein da größer ist als ein Spieler und das alles zu vergänglich ist. Deswegen auch, wenn ich mir heute Trikots kaufe, kommt nichts hinten drauf, außer vielleicht mein Eigenname. Ja, das ist eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Halte ich auch so, ja. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich habe es mir vor allem die letzten Jahre angewöhnt. Also ich habe mir 2006 ein Trikot von Mera gekauft, in weißer Voraussicht, dass er ein Jahr später... Schale falschrum hochhält. Schale falschrum hochhalten würde, genau. Und ich habe irgendwann mal über irgendwie Kontakte beim VfB ein signiertes Trikot von Pablo Thiam bekommen. Okay. Das wäre auch mehr unfreiwillig. Da war ich zehn oder so und habe mich überhaupt gefreut, dass ich von einem VfB-Spieler signiertes Trikot bekomme. Ja, aber ich bin jetzt auch über dem Überlegen, mir das neue Trikot zu holen. Gerade auch wegen dem Brustring, der rundherum geht. Und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, also als Spieler, nach den letzten Saisons habe ich eigentlich keine Lust, einen von denen hinten drauf zu machen. Nee, also ganz ehrlich, wenn ich einen Namen hinten drauf machen würde, auch wenn ich da ein bisschen vorgreife, gäbe es echt nur eine Wahl und es wäre Tobi Rath gäbe. Was anderes kommt nicht in Frage, weil der Mann ist 1893 Prozent VfBler, der ist sowas von rot und hat im Endeffekt eine Karriere, die er hätte haben können, aufgegeben dafür, dass er eben diese Aufgabe übernimmt, die er gerade übernimmt. Und das würde ich würdigen, indem ich mir seinen Namen irgendwie hinten drauf schlocken lassen würde. Sozusagen ein Dunkelroter. Ja, absolut. Und der braucht auch keine Karte dafür und kein Badge oder irgendwas, der ist es einfach. Ja, sehr schön. Dritte Frage. Dein Platz im Neckar-Stadion. Seit Umbau, seit das neue Stadion in seiner Form existiert, mit dem Namen, den ich nicht nennen werde, stehen wir im Block 33b. Erste, zweite Reihe unten, das ist so ungefähr zwischen dem rechten Torpfosten und der Fünferkante. Und da stehe ich mit so 10, 15 Jungs und davor, als es die alte Kurve noch gab vor dem Umbau, dann war es glaube ich 31 oder sowas. Also Ausgang, Haupttribüne, Anfang, Kurve. Und jetzt stehen wir direkt hinter dem Tor da oder direkt neben dem Tor. Ist ganz gut. Ich mag das. Ich mag das, da unten zu stehen, weil du hast diese Power, diese Wucht von diesen 20.000, die da hinter dir stehen irgendwie in der Kurve. Hast du den Rücken. Es hat was Archaisches irgendwie. Es ist trotz allem Event und trotz allem Schischi, der da gemacht wird, spürst du da noch diesen Vibe, den die Leute eben haben. Und das mag ich sehr. Ich möchte auch nicht weg. Ja, ich kann es nachvollziehen. Tom und ich stehen, wenn wir da sind, stehen wir eigentlich im 35er, relativ zentral auch. Und das ist schon geil. Und früher in der alten Kurve standen wir im, ich glaube im 32er unten war es. Also erst drei. Irgendwann hatten wir mal Dauerkarten. Irgendwann hatten wir mal Dauerkarten im 32er, glaube ich, in der ersten Reihe. Ja. Also auf den Sitzplätzen sozusagen. Das ist halt geil. Also in der allerersten Reihe wirklich. Wenn du dann die ganze Kurve hinter dir hast, das ist schon echt, und du bist halt super nah dran. Ja, wie gesagt, das ist klar, das ist nicht von der Hand zu weisen. Du bist sehr nah dran. Du riechst den Rasen, wie man so schön sagt. Für mich ist aber tatsächlich der Hauptpunkt diese Wucht, die du da im Rücken spürst. Ich habe heute noch Spiele, wo ich, wir kommen immer relativ spät, immer kurz vor oder manchmal sogar schon erst nach anpfiffen. Du gehst da runter und die Nackenhaare stellen sich auf. Und solange das so ist, ist es schon ziemlich gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, genug. Erstmal zu den drei Fragen. Jetzt wollen wir natürlich noch mehr ein bisschen über dich reden und über das, was du machst. Stell dich nochmal kurz vor. Wo kommst du ursprünglich her? Wer du bist, wie du heißt, wissen wir jetzt schon. Ja. Was machst du beruflich? Ja. Ja. Also ich bin hier geboren, bin in der Stadt geboren, im Osten. Bin dann einen Großteil meiner Jugend und meines frühen Erwachsenen-Daseins im Speckgürtel aufgewachsen, in Feing an der Enz. Und so mit Mitte, Mitte 20 bin ich wieder in die Stadt zurückgezogen. Philipp, ja, habe ich schon gesagt, 36. Ich bin Online-Redakteur und bin bei der SWMH, das ist halt Südwestdeutsche Medienholding. Das ist die Mutterfirma von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, Antenne 1, Süddeutsche Zeitung. Dann gehört da alles dazu, ist ein großes Medienhaus, ähnlich wie Burda oder Springer. Nicht ganz so groß vielleicht, aber in diese Richtung. Und da bin ich in der sogenannten DU, das nennt sich Digital Unit, also eine Einheit von Mitarbeitern, die sich um sämtliche Online-Auftritte dieses Hauses oder dieser Gruppe kümmern. Also Zeitung.de, Nachrichten.de, Fernweh Aktuell und auch FUPA Stuttgart. Das ist ein Amateurfußballportal, das sich klassisch um den Amateurfußball ab der dritten Liga abwärts rund in Stuttgart und in der Region so kümmert. Und dort geben wir quasi dem Amateurfußball ein mediales Zuhause im Internet. Und da bin ich der Leiter dieser Geschichte und kümmere mich dann mit dem Team eben darum, dass die Leute was zu lesen bekommen und dass da einfach was los ist. Und ja, ab 1.4., also knapp in einem Monat, bin ich in dieser DU der Mensch für Sport. Also das heißt, alles was aus den Titelredaktionen, aus den Blättern kommt, online passiert, nicht nur Fußball, nicht nur VfB, sondern generell der Sport, auftritt dieser beiden Blätter und von FUPA, den koordiniere ich. Und ja, schau eben, dass ihr alle jeden Tag ein paar nette Geschichten zu lesen bekommt. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, du schreibst auch für FUPA, schreibst du auch für die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Ich meine, ich hätte auch mal irgendwie ein Interview mit Maxim oder sowas in deiner Twitter-Timeline gesehen. Oder ist das sozusagen, erscheint das bei FUPA oder erscheint das bei einer der beiden Zeitungen und wird dann bei FUPA zweitverwertet? Sowohl als auch. Also was wir bei FUPA machen, ist ein Großteil, wir kumulieren Inhalte über den Amateursport, der aus den Blättern kommt. Wir schreiben auch eigene Beiträge, auch ich und meine Jungs. Ich schreibe aber auch für STZ Online, STN Online und auch für die beiden Blätter. Kommt es vor, dass ich eben Artikel mache oder Geschichten, Interviews. Mein letztes großes Ding war jetzt, dass ich mit dem VfB in Belek war, die zehn Tage dort das Trainingslager quasi medial begleitet habe und mit Thomas Neher und Carlos Ubina, den beiden Printlern vor Ort, quasi dafür gesorgt habe, dass es jeden Tag Geschichten aus der Türkei gab, dass Live-Ticker gemacht wurden und dass eben auch am nächsten Tag das Blatt befüllt wurde mit Infos, die direkt von dort kamen. Das ist schön, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Auch wie so die Stimmung war im Trainingslager und ob da vielleicht schon so ein bisschen für euch auch absehbar war, dass das dann nach Rückrundenbeginn so schnell nach oben gehen wird. Aber ich denke mal, da können wir später nochmal drauf kommen. Ja, gerne. Nochmal zurück zu FUPA. FUPA hieß ja früher, glaube ich, oder früher gab es Kick-Ass. Ja. Wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und daraus ist dann FUPA entstanden, richtig? Ja, das ist vereinfacht dargestellt, sagen wir mal so. Also ich habe mit Martin, der auch auf Twitter ist, at242, den kennen bestimmt auch einige, mit ihm zusammen und auch einem dritten Partner habe ich Kick-Ass gegründet, komplett alleine, also auf eigene Rechnung, auf eigene Faust. Das heißt, Martin hat es programmiert. Ich habe geschaut, dass da Inhalte reinkommen mit einem kleinen Team von Freien und wir haben eben die Vereinsszene in Stuttgart, die Amateursszene, animiert und aktiviert, da mitzumachen. Und das war dann irgendwann so, dass du an einem gewissen toten Punkt angekommen bist. Das heißt, wir hätten erstens mal deutlich mehr Manpower und auch Geld, also muss ich ganz klar zugeben, monetär, hat da schon eine Rolle gespielt, gebraucht, um das Ding so groß zu machen, wie es hätte werden können. Und zu der gleichen Zeit ist eben die SVMH aufmerksam geworden, auf die ganze Nummer, wir haben einen guten Job gemacht, das darf ich so sagen, und hat eben auch gemerkt, was die Jungs da machen, ist eigentlich das, was zu unserer Gruppe passt. Und FUPA selbst ist quasi ein Franchise-Modell. Das heißt, die Jungs kommen eigentlich aus Bayern und arbeiten so, dass sie eben vor Ort oder regional mit Vereins, nicht Vereins, mit Verlagshäusern kooperieren und sagen, wir stellen euch hier die technische Infrastruktur, den Maschinenraum quasi hin, dass so ein Portal eben so sein kann mit all den Funktionen. Und ihr als Verlagsgruppe respektive Lizenznehmer seid dafür zuständig, dass da Inhalte laufen und dass die Leute mitmachen. Und so kam es eben dann, dass ich mit Martin und meinem anderen Partner gemeinsam die Entscheidung getroffen habe, hey, wir geben das quasi ab und lassen die Marke Kick-Ass sterben. Und ich bin dann dafür mit auch einem Teil von meinem Redakteursteam dann zu FUPA quasi gegangen und bin jetzt innerhalb der Gruppe SWMH eben dem Amateurfußball verpflichtet, sozusagen. Das heißt, du hast auch eine große Leidenschaft für den Amateurfußball, höre ich. Ja, absolut, absolut. Also ich spiele seit ich fünf Jahre alt in dem Verein. Ich spiele immer noch. Ich spiele hier bei dem glorreichen SV Eintracht, da oben, Kreisliga B, tiefer geht's nicht. Aber ich spiele immer noch. Ich kann auch noch mithalten mit den jungen Leuten. Am Sonntag haben wir einen Rückrundenauftakt gegen den TSV-Stein Haldenfeld. Und ja, das ist schon eine absolute Leidenschaft. Also ich mag diesen Sport unheimlich. Was mir auch sehr, sehr gefällt, ist dieses Team-Ding. Also ich könnte kein Einzelsportler sein. So irgendwie Tennis oder Golf spielen oder sowas ist schön. Das ist bestimmt auch sportlich anspruchsvoll. Aber ich mag diese, dieses in der Mannschaft, Teil einer Mannschaft zu sein. Zusammen etwas zu machen. Auch mal nach dem Training noch in der Kabine zu sitzen und ein Kistchen Bier wegzumachen. Also das ist einfach, das gibt mir sehr, sehr viel. Und das tue ich heute noch mit großer Leidenschaft, ja. Sehr schön. Wo wir gerade beim Thema Bier sind, was trinkst du denn gerade? Ich habe, wie es den Namen schon sagt, Philipp Meisel, es gibt in Bayreuth in Franken eine Brauerei, die heißt Meisels, die machen gutes Weißbier und die machen seit Neuestem auch ein Pale Ale. Und nachdem ich beim Neujahrsbowlen der Stuttgarter Nachrichten so die Fresse aufgerissen habe, von wegen, ich mache euch alle platt und habe dann, glaube ich, insgesamt vier Mittagessen verloren, hat mir der Kollege Dirk Preiß von Stuttgarter Nachrichten, hat mir dann irgendwann auf der Arbeit so einen Sechser-Träger Meisels Pale Ale hingestellt, um meine, ja, um, wie soll ich sagen, um das etwas zu mindern, meine Niederlagen. Also komm, jetzt trinkst du mal ein ordentliches Bier. Und davon habe ich jetzt gerade noch eins hier offen. Sehr schön, sehr schön. Tom, wie sieht es bei dir aus? Ich habe eins aus der fränkischen Schweiz mal da, weil eine Arbeitskollegin daherkommt und die mir netterweise mal ein Helles mitgebracht hat. Heldbreu aus Obereilsfeld. Sehr lecker. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Hört sich gut an, ja. Ich bin bayerisch unterwegs, ich habe einen ganz klassischen Augustiner, ein Helles. Damit kann man auch nie was falsch machen. Basti, Sao. Ich würde sagen, wir sind gut versorgt. Und damit endet auch schon der Bier-Teil dieses Podcasts. Zurück zu dir. Ja, das heißt, du berichtest über den VfB, über den VfB 2. Ja. Über die Jugendmannschaften auch? Ja, da habe ich, also früher habe ich es noch selbst gemacht. Mittlerweile, so die letzten zwei, drei Jahre, habe ich einen sehr, sehr guten Mann gefunden, der das macht. Der quasi als Teil unseres Teams da berichtet, der regelmäßig vor Ort ist, der mit den Trainern jetzt Heiko Gerber und Sebastian Kunkel mehrfach die Woche in Kontakt steht und einfach dafür sorgt, dass zumindest ein-, zweimal die Woche eine objektive Berichterstattung über diese Mannschaften gegeben ist. Weil sonst kannst du halt was auf der VfB-Homepage dazu lesen. Das ist natürlich, ich will nicht, ich möchte das Wort Hofberichterstattung nicht in den Mund nehmen, aber muss ich. Aber es ist natürlich eingefärbt. Es muss auch so sein. Wenn ich in der Medienabteilung eines Vereins wie das VfB Stuttgart arbeite, dann darf da schon ein bisschen rote oder weiß-rote Brille dabei sein. Und wir sind halt sonst die Einzigen, die darüber regelmäßig schreiben. Das heißt, du kannst jede Woche, kannst du mindestens einen Bericht dazu lesen. Dann haben wir den Jens von VfB-Exklusiv als Fotograf, der regelmäßig dort ist. Das heißt, es gibt immer wieder mal eine Bildergalerie von den Spielen. Und wenn sich einer unserer User bemüßigt fühlt, dann gibt es auch einen Live-Ticker. Und das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen machen wir das. Ja, genau. Den Jens hatten wir auch schon letzte Woche hier zu Gast. Ja, sehr schön. Tom, hast du noch eine Frage an den Philipp? Zu ihm persönlich. Nicht, dass ich uns alle Fragen weggenommen habe. Eigentlich nicht. Ich höre brav zu und das passt schon so. Du willst doch nur Bier trinken. Gibst doch zu. Genau, heimlich. Ich muss bald nochmal in die Küche. So schnell ziehst du. Gut. Dann würde ich sagen, du möchtest noch was loswerden. Philipp, gehen wir mal zu den aktuellen Themen. Nee, alles gut. Baut raus. Rund um den VfB um. Ich denke mal, da sind jetzt drei Spiele gelaufen seit unserer letzten Folge. Das war das 1 zu 1 in Gelsenkirchen. Das 1 zu 2 zu Hause gegen Hannover. Und jetzt die 4 zu 0 Niederlage in Mönchengladbach. Und ich denke mal, wir können, wir sollten, wir müssen eigentlich mit diesem Spiel anfangen. Was ist da passiert? Wie? Also ich meine, wir haben diese Saison schon ein paar Mal 4 zu 0 verloren. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Aber nach dieser Erfolgsserie, wie konnte es passieren, dass der VfB so die Hucke voll bekommen hat? Das liegt in dem Charakter nicht der Mannschaft, sondern des Vereins begründet, wenn du mich fragst. Der schon seit langer, langer Zeit zu schnell mit zu wenig zufrieden ist. Und das überträgt sich auf die Akteure. Liegt zum Teil auch darin begründet, dass schon einige Jungs aus dem Kader zu lange dabei sind und nie großartig Konsequenzen für ihr Handeln erfahren mussten. Und ja, es ist Selbstzufriedenheit. Ja, und es kann ja passieren, dass du irgendwie in ein Spiel reingehst und du kriegst erstmal die ersten 20 oder 25 oder 45 kein Bein auf dem Boden. Kann vorkommen. Ist in Schalke passiert oder auf Schalke passiert. Zum Beispiel. Aber in Gladbach auch. Und dann kommst du halt drauf an, hast du Charakter, dann gehst du aus der Kabine wieder raus zur Halbzeit und sagst, okay, der Klassiker, auch wenn ich dafür eigentlich ins Frasenschwein zahlen muss, wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann dreht man ihn wenigstens in den Rasen kaputt. Also was so viel heißt wie kämpfen musste, dann kannst du auch verlieren. Wenn du aber das nicht tust und wenn du dazu nicht in der Lage bist, und das waren sie offensichtlich nicht, dann liegen die Gründe im Falle des VfB Stuttgart tiefer, weil es ist nicht das erste Mal, das ist auch nicht das erste Mal in den letzten Jahren, sondern es ist eigentlich aus den letzten sieben, acht, zehn Jahren hast du immer wieder solche Phasen gehabt, wo es gut lief. Und sobald das so war und die mediale Berichterstattung auch so, ja, machen sie ja ganz gut gerade und jetzt können wir nach oben blicken. Und dann kommt halt zu wenig. Und das war jetzt in Gladbach wieder so, noch dazu halt gegen eine Mannschaft, die zu Hause immer jeden schlagen kann, schon seit Jahren. Das ist eine sehr, sehr gute Truppe, die überragende Fußballer drin hat, die fünf, sechs Spieler drin hat, die ein Spiel im Zweifel alleine entscheiden können. Und noch dazu ein Trainer, von dem ich denke, dass er zu den Top-5 gehört in der Liga. Die haben also auch technisch, taktisch, systematisch, können die Fußball spielen, den 15, 14, 13 Mannschaften in der Liga eben nicht spielen können. Und wenn du dann nicht bereit bist, mit denen elf Tüter auf dem Feld hast, da wirklich wenigstens Kampfkraft und Engagement dagegen zu setzen, dann kassierst du so eine Niederlage, ganz einfach. Also ich muss sagen, ich fand das auch erschreckend. Also gerade das 1-0, wo ich mir hinterher nochmal angucken musste, woher dieser Pass eigentlich kam. Der steht ja an der Mittellinie, schlägt den langen Ball nach vorne, in Suhr völlig überfordert und dann steht der einfach völlig frei, direkt vom Tor. Naja, pass auf. Also wenn du Fußball spielst, nach dem Muster, wie es der VfB und viele andere tut, dann geht es darum, um in Ballnähe das Spielfeld kompakt zu halten. Das heißt, verschieben, Leute da hinbringen. Du riskierst, dass so ein Diagonalball kommt. Ja, klar. Aber wenn er dann kommt und wenn er vor allem so lange in der Luft ist, dann musst du es halt verteidigen können. Und was In Suhr da macht, ist, dass er, das sieht man auch ganz genau, wenn man es sich nochmal anschaut, auf YouTube oder in der Mediathek oder sonst wo, der sieht, dass der Ball kommt und er sieht oder er guckt nur auf den Ball. Er hat überhaupt nicht im Blick, nicht mal ansatzweise, was sein Gegenspieler macht. Er sieht also nicht, dass der drei, vier Meter irgendwie einen kleinen Bogen läuft, sodass er in den Ball reinlaufen kann. Schon die Ball-An- und Mitnahme von dem Spieler, ich glaube, der, na, Hassan hat das Tor gemacht. Ich glaube, Hermann war es, oder? Nee, ich glaube, der war da schon drauf. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Nee, kann nicht sein. Der kam erst zur 70. Ja, genau. Ist auch noch nicht so wichtig, aber schon wieder den Ball, der kann den Ball in vollem Lauf nach vorne mitnehmen und mit dem ersten Kontakt ist er schon zwei, drei Meter weg von In Suhr. Das heißt, was In Suhr hätte machen müssen, wäre einfach, sich wenigstens so zu postieren, dass der, selbst wenn er den Ball so gut annimmt, dass er nicht sofort an ihm vorbeikommt. Aber da, er sich nur auf den Ball orientiert hat und nicht am Gegenspieler, dann ist das eben so. Das ist einfach ein klassischer Stellungsfehler, wie man so schön sagt. Ja, Johnson war es übrigens. Johnson war es, genau richtig, Johnson war es, ja. Ja, ich war ja in Gladbach. Ich habe im Stadion auf jeden Fall auch erst mal auf In Suhr geschimpft und dachte so, what the fuck? Also er hat da sicherlich auch locker 50 Prozent, aber ich weiß gar nicht, ob der Ball so geschlagen werden darf. Also der, ja klar, es ist an der Mittellinie, aber der hatte ja überhaupt gar keinen Druck. Also da stehen Leute ja zehn Meter entfernt irgendwie. Ja, das ist richtig. Das ist irgendwie halt so eine, so eine Koproduktion. Das hat Ramni heute auch in der PK, glaube ich, gesagt. So, es wurde vor den, äh, Diagonalpässen gewarnt, dass man die verhindern will und, ähm, das ist da einfach nicht passiert. Dann steht in Suhr Scheiße. Ja. Niedermeyer in der Mitte, meiner Meinung nach auch. Äh, klar geht dann schnell, ist, also, hat da auch eine Teilschuld sicherlich, aber, eben nur eine Teilschuld, aber er steht da auch einfach ziemlich schlecht, finde ich. Ja, in der Mitte, aber, aber das ist halt eine Koproduktion. Das ging einfach irgendwie wieder viel zu schnell für die Truppe und Bums war das 1-0 da. Wie du sagst, also, der erste Step ist tatsächlich, verhindere den Diago, verhindere diesen Pass, du irgendwie kannst, mach Druck auf den Ballführenden, vor allem, sie hatten in der, in der Region, aus der der Ball kam, wahnsinnig in Unterzahl, sondern sie hatten genügend Leute da und dann, wenn er in der Luft ist, dann muss, äh, und es ist tatsächlich, wenn du, wenn du gut verschiebst, ist es, du gibst freiwillig diese Seite preis, ja. Aber das muss der Außenverteidiger da rausrücken und er muss so rausrücken, dass er zumindest den Gegenspieler so stellt, dass er nicht sofort mit einem Touch an ihm vorbei ist. Also, was ich dann auch noch beobachtet habe im Stadion, war tatsächlich, ähm, so Charakterfrage und zu schnell zufrieden, ja, stimmt prinzipiell, aber ich weiß nicht, ob das in Gladbach wirklich das Problem war, also, die haben schon zunächst mal viel probiert, ich glaube, also Gladbach habe ich die ersten 10, 15 Minuten auch nicht Stärke gesehen, ähm, was halt gar nicht ging, ist brutal viele Fehlpässe, da kam kein Ball an, da ging jeder Ball verloren, dazu der Schiri dann, also ich will jetzt nicht auf dem Schiri schimpfen um Himmels Willen, aber es war halt auf jeden Fall eher ein Heimschiri, hat viel abgepfiffen und man hat dann irgendwie sukzessive gemerkt, dass unsere keinen Bock mehr haben, dann kam irgendwie so das 1-0 und dann hat man eigentlich schon wieder gesehen, oh Gott, oh Gott, jetzt geht's den Bach runter, weil da war irgendwie dann keine Lust dabei, nur noch Fehlpässe, du kriegst viel abgepfiffen und so war dann irgendwie die Spirale schon da und bumms, dann war's das irgendwie, dass man dann nach der zweiten Hälfte nicht wieder zurückkommt wie gegen Schalke, also das ist wirklich was, was mich richtig ankehst und dass man dann noch sich eigentlich drei Dinge einfach einschenken lässt, weil man das Spiel eigentlich dann schon verloren gibt. Also was mich auch wirklich genervt hat, waren diese Fehlpässe und die Ballverluste, das ist, finde ich, schon auch ein Zeichen von, ich weiß nicht, ob es mit Selbstzufriedenheit zu tun hat, aber auf jeden Fall Fahrlässigkeit, Unkonzentriertheit, das klappt schon irgendwie, ein bisschen das Gefühl hatte ich ja auch gegen Hannover, dass die Jungs das Gefühl hatten, es klappt schon irgendwie, die sind ja letzter, wir sind eigentlich gut genug, es klappt schon irgendwie und dann geht's halt doch schief oder halt auch in der ersten Halbzeit gegen Schalke. Ja, wobei gegen Hannover musst du einfach diese scheiß Chancen machen, dann diskutieren wir da gar nicht drüber. Ja, das war das richtig. Also allein die Chancenverwertung, man hat genug rausgespielt, definitiv. Also wenn allein da Werner mal diese scheiß Kiste macht, nachdem Kostic da reinpasst, dann von mir aus geht das Spiel 2-2 aus, das wäre auch okay gewesen irgendwo, ne, aber ja. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, wir hatten ja auch bei den Siegen jetzt zu Beginn der Hinrunde hatten wir zum Teil auch richtig viele Torschüsse und haben halt trotzdem unsere Tore gemacht. Ja, das stimmt schon. Ich habe da schon auch nach dem Hannover-Spiel habe ich ja schon geschimpft, dass die Mannschaft irgendwie auch im Block, dass die Mannschaft irgendwie ein bisschen zu selbstzufrieden oder ein bisschen überheblich gewesen sei und dann hieß es immer, ja, aber viele Torschüsse. Da war ich ja auch im Stadion und ich hatte irgendwie von Anfang an beim Hannover-Spiel das Gefühl und das war auch die erste Halbzeit gegen Schalke, das Gefühl, dass du das Letzte, der Letzte bist, ja, der Letzte, also gerade gegen Hannover, wo von vornherein klar war, die haben nichts zu verlieren, die mussten einfach nur niedergekämpft werden, dass so dieser Letzte Wille und dieser Letzte Biss fehlte, die wirklich niederzuringen. Klar, wir hätten wahrscheinlich, wenn Werner oder wer auch immer die Dinger reinmacht, dann reden wir über einen Arbeitssieg, ja, dann gewinnen wir vielleicht 2-1-3-1 und vergessen vielleicht, dass dann so manchmal die letzte Konsequenz fehlt, aber gerade dadurch, dass wir dann halt verloren haben und auch gerade durch Freistöße, also durch Standards, was man ja eigentlich, ja, kannst du so nicht verlieren, das Spiel, das geht nicht. Und das, wie gesagt, ich bleibe dabei, also das, was ihr beschreibt, hat viel mit Selbstzufriedenheit zu tun. Wie laufe ich einen Gegner an? Wie engagiert gehe ich in den Zweikampf? Wie nehme ich einen Ball an? Wie passe ich den Ball zu meinem Gegenspieler? Mache ich es wie im Außenriss? Mache ich es so aus dem Fußgelenk? Oder mache ich es mit Kopf oben und der Innenseite und spiele einen Druckpass? All diese Dinge hast du halt gemerkt. Hannover, die Mannschaft war sich bewusst, wir sind klar besser als die, das haben sie auch gezeigt, auch auf dem Platz, auch über 90 Minuten. Aber diese letzte Konsequenz, die du eben brauchst, dieses nonverbale Kommunizieren über Körpersprache, ihr habt hier heute nichts zu holen. Und das hat halt gefehlt und das hat auch gegen Gladbach dann massiv gefehlt. Ja, ich habe mich ja gefragt, ob das jetzt so eine schleichende Negativentwicklung ist. Beginnend praktisch mit der ersten Halbzeit in Schalke, wo es dann von Spiel zu Spiel katastrophaler wurde. Also eine schlechte erste Halbzeit gegen Schalke, die wir dann noch mit der zweiten Halbzeit gerettet haben. Dann diese Niederlage gegen Hannover, die halt knapp war und die man eigentlich hätte gewinnen müssen. Also in gewisser Weise unglücklich. Und dann ist halt diese Katastrophe in Gladbach. oder ob man jedes Mal irgendwie, ja, ob man die Spiele singulär betrachten muss und das einfach zufälligerweise die drei Spiele in dieser Reihenfolge hintereinander so stattgefunden haben. Was meint ihr denn? Ja, weiß ich. Also das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Also wir haben ja im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, dass so die nächsten Spiele entscheiden werden, die nächsten vier. Und das ist, glaube ich, auch so. Also bei mir hängt vieles, ehrlich gesagt, von morgen ab. ja, gegen Schalke fand ich es eigentlich relativ positiv, dass wir in der zweiten Hälfte noch zurückgekommen sind. Hannover darfst du nicht verlieren, hast du aber halt gemacht. Dumm gelaufen, so ist es halt. Mund abwischen. Gladbach ging dann von der Einstellung her gar nicht, aber das ist halt, ja, ist halt der Vierte in der Liga. Die haben phasenweise brutal geil gekickt, das muss man auch mal sagen. So ist es halt. Ja, die können Fußball spielen, auf jeden Fall. Die können kicken, also, und jetzt kommt es dann halt drauf, gegen Hoffenheim will ich eine Reaktion haben. Man kann das Spiel verlieren, wenn man gut spielt und Pech hat, man kann das unentschieden spielen, gewinnen, das ist mir eigentlich scheißegal, Hauptsache die hauen sich wieder rein und man sieht, dass sie wollen. Und irgendwo ist dann auch ein Unentschieden okay, trotzdem will ich einen Sieg, ganz klar. Aber es kommt so ein bisschen drauf an, also wenn das morgen dann weitergeht, man wieder gelähmt ist, dann danach Ingolstadt wird auch ein brutal schweres Spiel, die sind richtig widerlich zu spielen, glaube ich. Also die nächsten zwei Spiele, da ist schon so ein bisschen Hop oder Top, Bremen kommt dann wieder von hinten, also die Tabelle ist nach hinten schon wieder ein bisschen enger geworden. Trotzdem muss man den Teufel jetzt auch nicht an die Wand malen, also wir haben noch ein ordentliches Polster und ordentlich viele Spiele, also... Naja, aber du hast auch noch, du hast noch Wolfsburg, du hast noch Bayern, du hast noch Dortmund. Ja, das stimmt schon, ja. Also wenn du da, wenn du realistisch rechnest, sag mal mal, mit viel Glück zwei Punkte und dann schaust du dir an, was du schon gespielt hast und was noch kommt und dann ist es nicht so, finde ich, mit dem Polster. Ja, so sechs Punkte in den nächsten zwei Spielen werden auf jeden Fall sehr beruhigt. Ja, absolut. Ja, was ich ja so erschreckend fand, wir haben ja nicht groß durchgewechselt. Also klar, Maxim, die Davi immer mal wieder mit seinen Gelbsperren, aber ich meine, im Grunde stand ja am Mittwoch in Mönchengladbach die gleiche Mannschaft, erstmal abgesehen davon, dass Martin Hane für Lukas Rupp begonnen hat, die gleiche Mannschaft auf dem Platz, die auch zu Beginn der Rückrunde fünf Spiele in Folge gewonnen hat. Fünf? Sechs? Ja. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich nicht verstehe, ist, wenn wir gesagt hätten, okay, wir haben jetzt das Verletzungspech und wir haben auch da, also ich meine, Hertha mag spielerisch nicht so stark sein wie Gladbach, die stehen aber auch nicht umsonst auf dem dritten Tabellenplatz. Die haben wir auch geschlagen und klar, man kann gegen Gladbach verlieren, das ist gar keine Frage, man kann auch, konnte auch in der Hinrunde gegen Dortmund und gegen Bayern verlieren, aber gerade gegen Gladbach, die Art und Weise, das war das Erschreckende, weil ich hatte von, also, weiß nicht, am Anfang war es vielleicht noch ein bisschen die Hoffnung, zumindest war es bei mir im Fernseher so, ich habe schon nach fünf Minuten gedacht, ach du Scheiße, das wird brenzlig heute, weil Gladbach schon relativ dominant war und einfach auch sehr ballsicher und ich habe irgendwie zu keiner Zeit während des Spiels das Gefühl gehabt, dass wir das gewinnen können und genauso, weil auch die Spieler halt genauso aufgetreten sind und das finde ich schon erschreckend, wenn du dir angeguckt hast, wie die Spieler gegen Hamburg in der letzten Minute durch zwei eingewechselte Spiele noch das 2 zu 1 machen, wieder die Davi gegen Köln war es, glaube ich, nach dem dritten, nachdem er den dritten Spieler angeschossen hat, nach der Ecke Donau oder nach der vierten Ecke in Folge irgendwie noch das Ding irgendwie über die Linie wirkt, ach nee, das war auch gegen Hamburg, genau, das Ding da noch über die Linie wirkt, das waren alles so Sachen, da wollte die Mannschaft unbedingt und hat irgendwie den Ball über die Linie gebracht und deswegen haben wir auch diese Siegesserie hingelegt und das fehlte mir jetzt irgendwie in den letzten Spielen so ein bisschen und ich, also das Einzige, was ich mir halt erklären kann, ist das, was du auch schon gesagt hast, Philipp, dass man nach dem Hertha-Spiel gedacht hat, okay, jetzt sind wir durch, da fingen ja auch schon die ersten in der Kurve an irgendwie von Europa zu singen, meine ich mich erinnern zu können, nach dem 2-0 gegen Hertha, dass dann plötzlich Europavokal angestimmt wurde auf dem Oberrang und ja, und ich habe das Gefühl, die Mannschaft hat gedacht, sie sei schon durch und wurde dann wieder nachlässig, was ein bisschen meine These oder meine Befürchtung unterführt hat, dass die Mannschaft sich nur zusammenreißen kann, wenn es wirklich, wenn ihr wirklich das Wasser bis zum Hals steht. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Selbstzufriedenheit ist der Schlüssel beziehungsweise der, ja, der Dosenöffner für das, was hier gerade passiert. Was ist denn, was ist denn das Mittel dagegen, Philipp, deiner Meinung nach? Sind es Transfer oder neue Spieler im Sommer oder ist das irgendwie Kramnys Aufgabe, das hinzubiegen oder muss das in der Mannschaft passieren? Was muss denn passieren, dass das aufhört? Das kann ja nicht sein, dass wir irgendwie seit Jahr und Tag nur so hoch springen, wie die Latte liegt. Also das ist ja irgendwie nicht Sinn und Zweck. Ja, ich versuche es mal in zwei bis drei Teile aufzusplitten. Einmal ist es ein Stück weit die schwäbische Mentalität, dieses sich irgendwie ja so ein bisschen klein machen. Okay, wir haben was, wir können was, aber wir reden nicht so laut drüber und lassen es nicht raushängen. ich glaube, das ist was, was dem Verein an sich und auch der Mannschaft fehlt, zu sagen, wenn ich gut bin, dann ist auch wirklich mit jeder Faser zu demonstrieren. So dieses mir ist an mir. Ja genau, also so leid es mir tut, aber das ist halt nun mal so. Egal wo die hinfahren, egal wo die auftreten, kommunizieren die mit allem, was sie tun, verbal und nonverbal, ihr könnt uns gar nichts. Und das kann der Schwabe per se nicht. Das ist einfach nicht so. Und dann, weil du den Trainer angesprochen hast, ich glaube, er hat es ihnen ganz gut vermittelt, weil Jürgen jemand ist, der brennt, der selbst im Training das kalte Kotzen kriegt, wenn jemand nicht alles gibt, was er eigentlich kann. Und das hat auch dazu geführt, dass sie diesen rückrunden Start so hinlegen konnten. und mittelfristig bis langfristig, wie willst du es wegbekommen? Diese Gier, die entwickelt man erstmal aus sich selbst heraus, da ist jeder Einzelne gefordert. Aber es wird, glaube ich, nicht gehen, ohne dass man das Gesicht dieser Mannschaft maßgeblich verändert. Das heißt, wenn Leute wie Schwab, Niedermeyer, wie Gentner auch, so Leitz-Methode, weil ich ihn sehr schätze, ist ein ganz, ganz feiner Kerl, wenn diese Menschen oder diese Spieler weiterhin einfach überhaupt keine Konkurrenz haben, selbst wenn es einen gibt auf der Position, der mindestens so gut ist, dann wirst du es schwer haben. Und deswegen glaube ich, dass es nicht anders gehen wird, wie mal wieder, auch wenn es ein Unwort ist, personell relativ Kante zu zeigen und einen Umbruch irgendwie einzuleiten. Es wird nicht anders gehen. Du bekommst diese Gier am schnellsten in eine Truppe durch frisches Personal. Das ist halt nur mal so. Das sind ja Sachen, die wir auch schon im Herbst diskutiert haben, Tom. Kommt mir bekannt vor. Dass es halt gerade diese Spieler sind, die seit Jahren im Verein sind, die sich sicherlich auch in der Zeit einige Verdienste erarbeitet haben. Absolut unbestritten. Absolut unbestritten, klar. Aber die halt dann im Endeffekt diese Behäbigkeit und dieses, ich habe es schon häufiger auch geschrieben und gesagt in dieser Saison, dieses gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, diese Mentalität so ein bisschen mittragen, auch weil sie keinen Druck haben. Ich meine, Niedermeyer kommt jetzt zurück und ist quasi auch gesetzt. Er liegt aber auch daran, dass sein Konkurrent irgendwie Toni Sunic heißt. Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie es gewesen wäre, wenn Federico Barber jetzt direkt auch einsatzbereit gewesen wäre, ob dann Niedermeyer um seinen Platz hätte bangen müssen. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen. Glaube ich nicht, dass Niedermeyer hätte bangen müssen, sondern Schwab. Und der Schwab profitiert unglaublich davon, dass die ersten drei Spiele nach der Pause so gut waren und er auch gut gespielt hat. Wenn ich einen Gewinner, auch wenn sich das etwas pauschal schwierig anhört, wenn ich einen Gewinner hätte festmachen müssen von der Zeit in Belek, wäre es Sunic gewesen. Der hat überragend trainiert, der hat sehr, sehr gute Testspiele gemacht, da hast du wirklich gemerkt, der Typ hat es kapiert, er hat die Geschwindigkeit angenommen, er war gedankenschneller, er hat wirklich sehr, sehr gutes Trainingslager gespielt, wenn du mich fragst. Und aufgrund der gelben Karte, die er eben hatte zum Rückrufstart, konnte er nicht eingesetzt werden. Der hätte gespielt, hundertprozentig. Und dann war eben Schwab da, es lief gut und dann machst du natürlich als Trainer, wenn du siehst, okay, ich habe eine Achse, die Stimmen muss, das ist Keeper, Innenverteidiger und ein Sechser mit Serie D, weil wir spielen ja quasi nur noch 4-1-4-1 seit Rückrunde, Rückrundenstart. Und dann wechselst du natürlich nicht. Und da bin ich ehrlich gesagt aber ein bisschen überrascht. Ich habe den Sunic wirklich sehr, sehr gut gesehen im Trainingslager und bin auch der Meinung, dass wenn man da jetzt tauschen würde, dass man relativ schnell sehen könnte, dass sich da sehr viel getan hat. Aber das Leben findet nicht im Konjunktiv statt und Bundesliga-Fußball auch nicht. Insofern wird der wahrscheinlich so schnell, außer es kommt zu einer Verletzung oder Sperre im Innenverteidiger-Duo auch nicht auftauchen. Gut, da hängt natürlich auch das Spiel mit zusammen, dass Kramli einfach auch die Mannschaft nicht verändert hat, weil es halt auch gut lief. Ja, eben, genau. Da greifen dann wieder diese Phrasenschweinsätze mit dem Never-Change-A-Winning-Team. Ja, klar. Und so wird man halt auch aus der Mannschaft befördert. Wir können nochmal vielleicht kurz aufs Trainingslager eingehen und vielleicht nochmal noch zwischendurch eine etwas positivere Note anschlagen. Ich meine, wir sind ja nur noch nicht auf dem letzten Tabellenplatz abgerutscht. Hattest du das Gefühl, als du beim Trainingslager warst oder so im Nachhinein betrachtet, zeichnete sich da schon ab, dass die Mannschaft in der Lage sein würde, so eine Siegesserie hinzulegen? Weil ich meine, dieses 3-1 gegen Wolfsburg vor der Pause, das haben wir ja damals noch alle so ein bisschen als ein Freak-Ergebnis abgetan, gegen eine unglaublich auswärtsschwache Mannschaft aus Wolfsburg auch. Ja, hat sich das damals schon so abgezeichnet oder hat dich das dann auch überrascht nach der Winterpause? Es hat mich eher überrascht und zwar einfach aus dem rein sportlichen Aspekt. Was so Mannschafts- chemiemäßig da ablief in der Türkei, war sehr gut. Hat man wirklich an jeder Ecke gespürt. Da passt es zwischenmenschlich. Das hat eine Truppe zusammengefunden und zwar vom Sportdirektor bis über einen Masseur, über einen Fitnesscoach bis hin zur Nummer 23 im Kader. Das hat wirklich sehr, sehr gut harmoniert, was da einfach ablief. Die hatten Spaß, die hatten die nötige Ernsthaftigkeit in den Einheiten. Da hat sich keiner hängen lassen. Niemand hat irgendwie die Unterlippe vorgeschoben und geschmollt. Sondern da war wirklich engagiertes, zielorientiertes Arbeiten und auch die Lust darauf zu sehen. Sportlich, also wenn man jetzt nur das betrachtet, was auf dem Platz passiert ist, in den Testspielen und so hätte ich es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, okay, es ist jetzt wirklich eine positive Entwicklung da, aber die war nicht so aussagekräftig, dass ich gesagt hätte, die kommen jetzt da raus wie so ein Rennpferd aus einem Startgatter und hauen erstmal die ersten vier, fünf weg. Das hast du nicht gesehen. Und prinzipiell ist es auch immer schwierig. Trainingslager sind immer super und die Bedingungen sind immer klasse und alle ziehen mit und das ist irgendwie ja. Beste Trainingslager aller Zeiten. Natürlich, genau. Immer und überall und die Bedingungen und ach ja und tralala. Das ist immer dasselbe. Da wird auch keiner sagen, schon allein aus politischen Gründen wird da keiner sagen, hier läuft was schief. Das ist wahnsinnig. Das würde niemand machen, egal ob beim VfB oder bei sonstigen Profitruppen, egal ob im Fußball oder in einer anderen Sportart. Das ist immer klasse. Wie gesagt, was du gesehen hast, es hat sich menschlich was getan. Da war eine Mannschaft auf dem Platz und zwar nicht nur die Elf oder 15, die gespielt haben, sondern alle. Und sportlich hätte ich gedacht, ja gut, es reicht, um den Trend zu stoppen und auf jeden Fall realistische Chancen zu haben auf dem Klassenhalt, die haben wir weiterhin das Jahr. Aber so ein phänomenaler Rückrundenstart hätte ich der Mannschaft nach diesen 10 Tagen oder 9, die ich dort war, nicht zugetragen. Also ich hätte ja, wenn ich mich da auch kurz einhaken darf, immer gerne. Ich hätte ja nie gedacht, schon allein aufgrund der Innenverteidigung, dass es so gut laufen wird. Also ich habe wirklich Schiss gehabt, nachdem dann irgendwie niemand kam. Ja klar, dann Barber, aber da war man sich auch nicht sicher und irgendwie hatte ich da richtig Schiss, dass wir weiterhin hinten offen sind wie ein Scheunentor. Und das hat Kramni wirklich gut hingekriegt, meiner Meinung nach. Und ich verstehe eigentlich bis heute noch nicht genau, warum. Im Prinzip lässt er halt ein bisschen kontrollierter pressen und hat das Ganze ein bisschen weiter nach hinten versetzt und das war es dann oder wie oder was. Also das fand ich extrem krass eigentlich, dass es dann doch so gut funktioniert hat. Ja, aber er musste gar nicht viel machen. Also da geht es primär um defensives Umschaltverhalten. Was tue ich bei Ballverlust? Was tue ich in welchem Spieldrittel bei Ballverlust? Und nochmal, mir kommen generell die Innenverteidiger, was heißt nochmal, ich habe ja noch gar nicht gesagt, aber jetzt sage ich es. Mir kommen generell, erstens wird dieses Innenverteidiger-Thema viel zu hoch gehängt und diese Jungs, die da spielen, kommen ja zu schlecht weg. Wenn man sieht, was unter Zornhecker passiert ist, wie die Mannschaft aufgetreten ist, was sie zu tun hatte oder tun wollte, dann hast du vor allem eins gesehen, bei Ballverlust war dieses Gegenpressen völlig unkoordiniert. Es gab kaum Momente, wo man schnell hinter den Ball kam und quasi jeder Angriff, egal ob von Köln oder von Ingolstadt, Darmstadt oder von den Bayern, lief mit fünf gegen drei. Und da siehst du scheiße aus. Da siehst du in der Kreisliga B scheiße aus, da siehst du in der Bundesliga scheiße aus. Wenn da plötzlich fünf Mann mit dem Ball auf dich zurollen, kannst du einfach nicht, das kannst du nicht großartig verteidigen, das geht nicht. Du kannst nur versuchen, den zentralen Bereich vor dem Tor in irgendeiner Form zuzumachen. Ansonsten, wenn die halbwegs Fußball spielen können, nehmen die dich auseinander, die filetieren dich wie ein Fleischer. Da kannst du wenig machen. Und deswegen hieß es immer, unsere Innenverteidiger sind so schlecht, unsere Innenverteidiger sind so schlecht. Hauptproblem, meiner Ansicht nach, war das Defensivverhalten bei Ballverlust der kompletten Mannschaft. Da ist zu wenig passiert. Und dann siehst du einfach Torhüter plus die beiden Innenverteidiger einfach scheiße aus. Ja, das stimmt schon. Hatten wir auch, glaube ich, sogar mal diskutiert irgendwie in der Hinrunde. Trotzdem, oder, ich meine, wir müssen nicht, wir müssen nicht drüber reden, dass es bessere Innenverteidiger gibt, wie die, die bei uns spielen. Das ist ja klar. Ja? Das ist unbestritten. Aber, nochmal, es ist für mich zu pauschal geurteilt, wenn man denen einfach die komplette Qualität abspricht. Das ist einfach, das ist nicht der Fall, die können schon verteidigen. Es kommt halt drauf an, das ist auch wieder ein Spruch fürs Phrasenschwein, Verteidigung fängt beim Sturmer an. Ja, das stimmt schon, das wollte ich gerade auch sagen. Gerade im moderneren Fußball, wo das alles mannschaftstaktisch ist, kann man eigentlich kaum eine, eine Position mehr oder weniger irgendwie verantwortlich machen, außer man, jemand baut den mega Stellungsfehler oder so. Kannst du nicht, haben wir vorher vor 15 Minuten drüber gesprochen. Das 1 zu 0 gegen Gladbach, ja. Es ist kein Druck auf den Ball führend in den Mittelfeld, der Außenverteidiger bewegt sich schlecht, macht einen Stellungsfehler und am Schluss merkt der Innenverteidiger nicht, dass hinter seinem Rücken der Hassan ein Turbo einlegt und der Torwart kann nur noch einen Ball aus dem Netz holen. Es sind also vier Spieler mindestens beteiligt, die dieses Tor ermöglichen, durch ihre individuellen Fehler respektive ihr Fehlverhalten und deswegen ist es, also dieses generelle Fingerzeigen, der war schuld, ist schwierig. Also in dem heutigen Fußball, so wie er funktioniert und so wie, so wie eine Mannschaft auftritt auf dem Platz, wie sie sich bewegt, wie sie verschiebt, wie sie ihr taktisches Grundkonzept ausübt, kannst du, es sind meistens von den Elf auf dem Platz sind acht, neun beteiligt, wenn es zu einem Gegentor kommt. Außer beim 2-0, da waren zwei beteiligt. Ja, gut. Auch da ist es schwierig, also wenn du Torhüter bist, das ist das, was ich im Tüton vorwerfe, wenn du Torhüter bist und nimmst den Ball auf, dann musst du alles wegputzeln, was in deinem Weg steht. Egal, ob es der eigene Mann ist oder der Gegner oder der Schiedsrichter, scheißegal. Das zweite Ding ist, der Gente täuscht quasi den Befreiungsschlag an, zieht dann zurück, weil er sieht, da ist einer von mir, das ist eine typische Slapstick-Nummer, die in der Qualität eigentlich nur der VfB anbieten kann. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Das muss man aber auch erst mal hinkriegen. Ja, klar. Das ist auch eine Qualität. So ein Drehbuch kannst du nicht schreiben, das kannst du nicht üben, das geht nicht, das ist einfach schon, ja. Ja, das erinnert mich an, ich weiß nicht, wann war es vorletzte Saison, wo es so krass war, also unter La Padilla, es war eine Saison, wo es wirklich heftig war, wo wir in den letzten Jahren, die verschwinden bei mir mittlerweile so alle in eine große Horrorsaison, wo wir wirklich jede Woche irgendwie uns irgendwie die Dinger selber reingelegt haben auf die aberwitzigste Art und Weise und das war irgendwie so ein bisschen, ja, so eine Erinnerung da dran. Ja, also das ist, ja, und da kommen wir dann schon wieder zu dem Punkt, Qualität der Abwehrspieler generell. Man muss das versuchen, differenziert zu betrachten. Klar, unsere Abwehr, vor allem die zentralen Jungs, haben nicht unbedingt herausragende Qualität, ja, auf die Bundesliga bezogen. Aber auch das gesamte Defensivverhalten, wie gesagt, spielt da einfach eine Rolle. Das ist dann wie so ein Domino-Effekt. Und dann kommt es eben zu Gegentoren, wo du denkst, um Himmels Willen, ey, meine F-Jugend verteidigt den Scheiß besser. So ist es halt. Es ist schwierig zu sagen, hängt nur an der Qualität, es ist schwierig zu sagen, war ein Gemeinschaftsding, ist es meistens einfach so, dass da ganz viele Dinge zusammenkommen und, ja, dass wir gut beraten wären, uns defensiv besser aufzustellen, beziehungsweise der Herr Dutt und seine Mitarbeiter ist unbestritten. Jetzt waren wir ja bei der Defensive, wir haben hier auch noch den Werner zur Diskussion, wie stehst du denn zu Timo? Also, es wird ihm ja immer gern vorgeworfen, oh, er macht die Dinger nicht, der Typ braucht unbedingt eine Pause, der kann nichts. Wie stehst du denn dazu? Also, ich kenne ihn, ich kenne ihn schon ein paar Jahre, ich glaube, ich habe ihn zum ersten Mal mit 14 gesehen, da hat er seine erste Einwechslung gehabt in der U17 Bundesliga. War also drei Jahre jünger, als die, die er da gekickt hat und er war besser als die meisten, die da auf dem Platz standen. Das hat sich dann fortgesetzt, das war in der U19 so, er hat dann mit 16, mit 17 gegen 19-Jährige gespielt und hat die der Reihe nach vernascht. Ja, ist schwierig. Also, ich persönlich möchte nicht den Stab über ihn brechen, weil er ist ein ganz, ganz junger Spieler, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Kourani oder Gomez zu dem Alter drauf waren, da hat es nicht viel anders. der wird ein guter bis sehr guter Bundesligaspieler werden. Es dauert vielleicht länger, als wir uns alle erhofft haben. Er hat Qualitäten, die sonst keiner in dem Kader hat. Der ist gierig, er hat das Herz am rechten Fleck, es ist ein VfBler, das darf man auch nicht unterschätzen, der ist wirklich auch so, ja, er hat einfach die nötige Identifikation, die du brauchst, um bei einem Verein wie dem VfB Stuttgart zu spielen. Was mir so ein bisschen, oder wenn ich einen Kritikpunkt machen würde, ansetzen wollte, dann wäre es gerade die Szene zu dem verpassten Tor gegen Hannover, wo der Ball von links von Kostic reinkommt und da siehst du anhand seiner Fußhaltung er will den schön in die Ecke machen. Und deswegen hat er die Innenseite zu weit offen, deswegen rutscht der Ball ab und es gibt nachher beinahe einen Einwurf. Und so ein richtig gieriges Arschloch von Stürmer, wie es zum Beispiel Ulf Kirsten war, war so einer, oder auch Räumakai, die halten einfach die Picke hin. Die Pille ist drin und fertig. Es muss halt nicht immer gut aussehen, sondern das Ding muss drin sein. Der Schiri muss auf den Mittelkreis zeigen. Das ist das, worauf es ankommt. Und das ist der einzige Punkt, den ich ihm so ein bisschen vorwerfe. Er bringt alles, er hat den nötigen Einsatz, er bewegt sich gut, er versucht immer anspielbar zu sein, er geht sehr weite Wege, ist sich für nichts zu schade, aber diese unbedingte Gier, diese Scheißbude, Entschuldigung, machen zu wollen, die geht ihm halt oft ab, weil er denkt, hey, das kann man auch ein bisschen schöner machen. Denkst du, dass ihm jemand wie Gincec fehlt, also dass er eher eigentlich so a la Kakao als hängende Spitze eigentlich spielen müsste? Spiel, oder? Nee, spieltechnisch, taktisch nicht, finde ich nicht. Das Einzige, wo es ihm, finde ich, helfen würde, wäre, dass sich nicht alles auf ihn konzentriert. wenn du halt so eine Kante drin hast wie ein Guinea vorne oder Gomez oder einfach einen klassischen Zentrumsstürmer, der auch eine gewisse Beachtung erfährt von der gegnerischen Mannschaft erstmal, aber natürlich auch Fans und Medien, wäre es für ihn einfacher, sich schneller besser zu entwickeln. Vom Spiel an sich her, also von wegen ich brauche Räume und so weiter und so fort würde ich nicht unbedingt sagen. Der ist gut genug, sich gegen die besten Innenverteidiger in der Liga in Szene zu setzen. Das siehst du jede Woche. Er macht doch die Tore nicht. Das siehst du jede Woche, dass er in der Lage ist, auch gegen richtig starke Jungs seine Szenen und seine Chancen zu bekommen. Was ist das dann? Kaltschneuzigkeit, die ihm fehlt? Oder meinst du wirklich, also ich kann mir das immer nicht vorstellen, du bist schon mal in der Liga und überlegst dir dann so vom Tor, oh das mache ich jetzt besonders schön. Meinst du, das ist wirklich so? Irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube ja, ich glaube ja. Das ist so ein bisschen Playstation-Style. Komm, dann zentriere ich dir jetzt hier schön in den Knick. Da nehmen wir noch den rechten Stick. Genau, einfach nur zum Machen. und das ist was, 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 ja, Claudio Pizarro, gutes Beispiel. Der Typ ist gefühlt 180 Jahre alt, macht am Wochenende drei Stück gegen Leverkusen und der, wenn du Interviews von ihm liest oder auch so, O-Töne, die du durchs Fernsehen oder sonst was mitbekommst, der, dem geht es nur um Tore, 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 egal wie die aussehen, egal, egal, das ist vollkommen irrelevant. Tore, Tore, Tore. Ich will einfach, dass meine Statistik wächst und das, und dafür bin ich bereit, auch wirklich hässliche Dinger über die Linie zu bürgen, wie es so schön ist oder wie man so schön sagt und das fehlt ihm halt noch und das ist einfach eine Alters- und Reifefrage, meiner Ansicht nach. Das wird sich geben, glaube ich, bin ich fest der, fest der Überzeugung. Ich muss ja sagen, ich hatte auch immer schon das Gefühl, dass er jetzt, also ich finde prinzipiell ja dieses System mit nur einem Stürmer, das geht mir im VfB schon seit Jahren auf den Keks, weil ich das Gefühl habe, dass wir dadurch nicht torgefährlich genug sind. Gut, dann haben wir mit, und das Tore, glaube ich, zeitweise mit zwei Stürmern gespielt und haben das Tor trotzdem nicht getroffen. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass er halt vorne so ein bisschen alleine auf weiter Flur ist. Das mag daran liegen, dass häufig auch bei Kontern das Mittelfeld nicht nachrückt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der bräuchte halt genau das, was der Tom ansprach, noch irgendwie jemanden, der ihm den Weg frei blockt, dem man den Ball ablegen kann. Klar, dann kommt zwar seine Stärke mit der Schnelligkeit nicht so zum Tragen, aber ich habe das Gefühl, dass ihm diese Schnelligkeit momentan nicht so viel bringt, weil er dann irgendwie allein im Strafraum gegen drei Verteidiger plötzlich steht, die ihm dann ablaufen oder wo er dann keinen Anspielpartner hat oder wo er dann einfach zu weit rausgedrängt wird, weil ihm halt auch diese physische Komponente fehlt, um sich da vielleicht einfach so wie Gomez früher einfach vorne durchzuwuseln im Strafraum. Tom, willst du dazu was sagen? Äh, nee. Ja. Völliger Blödsinn, oder? Nein, nein, auch da ist es schwierig, es an einem zentralen Punkt festzumachen. Ich finde nicht, dass der VfB nicht torgefährlich ist, weil Torgefahr hört bei mir nicht bei der reinen Statistik auf, wie viele Buten machst du, sondern ist die Mannschaft in der Lage, Chancen herauszuspielen und wenn ja, von welcher Qualität? Und das kann der VfB, das kann der VfB seit ewigen Zeiten eigentlich ganz gut. Es fehlt an der Effizienz ein Stück weit, aber auch in dieser Saison, auch unter Zorniger siehst du, die Mannschaft ist gegen, egal welchen Gegner in der Lage, sich eigentlich gute Torraumszenen zu erarbeiten. Was diesen zweiten Mann neben für ihn angeht, auch da, wenn ich mich wiederhole, was es spielerisch angeht, halte ich es für nicht so wichtig. Ich halte es eher dafür oder deswegen wichtig, weil vor allem der Gegner halt ihn nicht doppeln kann. Er kann nicht einen zweiten zur Absicherung hinter den ersten angreifenden, anlaufenden Verteidiger stellen, der dann im Zweifel da ist, wenn er durch den ersten durch ist oder an dem ersten vorbeikommt. Das würde mit Sicherheit weiterhelfen und dass er deswegen die Qualitätsschnelligkeit nicht so sehr ausspielen könnte, sehe ich eigentlich auch nicht, weil auch der zweite Mann, der einen Ball festmacht, ist in der Lage, den dann in die Gasse zu stecken. Insofern, ich bin weiterhin der Meinung, er hat die nötigen Qualitäten, er hat alles, was du brauchst für die erste Liga, auch für eine gute Rolle in der ersten Liga. Es ist klassisch eine Erfahrungsfrage. Jetzt ist er, glaube ich, knapp 20, ist er schon 20? Am Sonntag wird er 20. Ja, also, dann würde ich einfach noch mal die Rückrunde und eine Saison ihm geben, um entsprechend zu reifen und wenn wir uns in anderthalb Jahren oder von mir aus im nächsten Jahr im März noch mal unterhalten, dann denke ich, lässt sich ein Urteil fällen, das endgültig ist. Das kannst du jetzt noch nicht. Dafür ist er zu jung. Klar, er ist schon lange dabei, er hat schon viel gesehen, er ist... Wisst ihr, ganz kurz, wisst ihr, wie viele Spiele er schon für den VfB gemacht hat, ohne nachzugucken? Ich würde mal spontan sagen, so um die 80. Aber ich, also ich sage auch mehr als die Davi. Das ist klar. Er hat 85 Spiele schon gemacht für den VfB mit 19. Das muss man sich mal überlegen. Eben, genau. Genau. Und deswegen, ja, es ist ja, da komme ich jetzt ein bisschen vom VfB und von Herrn Werner auch weg. Es ist halt nur mal so, dass sich der Vereinsfußball oder der Profifußball in den letzten 10 Jahren dahingehend entwickelt hat, dass Kids, ich sage bewusst Kids, immer früher in diesen Markt geworfen werden, immer schneller funktionieren müssen. Natürlich auch viel früher als vor 15 Jahren gut ausgewählt sind, aber trotzdem finde ich, manchmal wären alle, uns sowohl Vereinen, Fans, Medien gut beraten, dass man sagt, hey, also wenn du früher mit 23 oder 24, 90, knapp 90 Bundesligaspiele auf dem Bugle hattest, da war echt was geboten. Heute ist der Kerl 19, fünf Achtel oder was weiß ich. Die Geduld geht vielen ab und manchmal sollte man einfach vielleicht ein bisschen abwarten und nicht so schnell so viel erwarten und dann bekommt man nachher auch mehr dafür zurück. Ja, ich denke auch, dass bei Werner vor allem die Erwartungshaltung ist. Ich meine, der kam ja zum VfB 2013 als er im Grunde nach der, und stand da nur im Abstiegskampf und da wurde fratsch von ihm erwartet, oh jetzt kommt der Werner hoch und jetzt geht es bergauf und der schießt jetzt 20 Tore jede Saison, weil auch sonst nicht viel zusammen lief beim VfB und ich glaube, dass diese Erwartungshaltung war und ist immer noch ein bisschen groß, gerade jetzt auch, wo Ginczek wieder verletzt ist und ich frage mich halt, ob man auch um Werner zu schützen ihm einfach mal eine Pause gönnen müsste, so wie man das bei Baumgartel gemacht hat, der ja zweifelsohne auch sehr talentiert ist, aber auch reingekommen ist in die Bundesliga und praktisch nur unter Druck stand und bei jedem Fehler irgendwie im Hinterkopf hatte, oh, wenn das Ding jetzt reingeht, dann steigen wir vielleicht ab. Also ich meine, diese Szene gegen Dortmund, wo er dann von der Kurve getröstet werden musste, ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Also der war er 18, glaube ich, noch und steht wöchentlich unter dem Druck, wenn ich jetzt einen entspielentscheidenden Fehler mache, es verlassen sich alle auf mich und wenn ich hier das Vertrauen, was in mich gesetzt wird, enttäusche, dann steigt der Verein vielleicht ab. Also ich möchte das, ich hätte das mit 18 nicht mitmachen wollen und deswegen frage ich mich halt, ob es vielleicht gut wäre, Werner auch mal ein bisschen einfach aus dieser Drucksituation rauszunehmen. Wenn ich dazu was sagen darf, dann klar nein, weil diese Jungs sind, haben ihre Jugend investiert, um Profisportler zu werden und das bedingt Druck und wenn du mit 10 Profis, egal welcher Sportart, sprichst über Druck, sagen dir 9,5, will ich haben, stehe ich drauf. Und das gehört einfach dazu, das ist untrennbar verbunden mit dem Job, den sie machen. Und deswegen würde ich sagen, nein, nehme ihm einfach diesen Druck nicht, nehme ihn nicht aus der Schusslinie, weil wachsen kann er nur, wenn er dem Stand hält. Druck braucht man, glaube ich, auch einfach für die Motivation, oder? Also man sagt ja nicht umsonst, dass man am besten auf ihrer Position doppelt besetzt ist und auch vorher haben wir das einem Herr Gentner angekreidet, dass er eigentlich total konkurrenzlos ist und klar, der ist im ganzen Lenz älter, aber ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob das dann bei Baumgartel, okay, ja, da war es dann vielleicht schon eine Ausnahmesituation, irgendwie damals so richtig krass mit Abstiegskampf, aber das sehe ich jetzt diese Saison eigentlich nicht mehr so, also zumindest bei Werner. Also wir haben definitiv noch genug Puffer, dass man Werner drauflassen kann, sage ich mal. Er macht ja seine Sache auch nicht so schlecht. Wenn er jetzt noch die Buden einfach mal reinmachen würde, dann würden die, oder das tun sie ja jetzt schon, dann stehen die für eine Schlange. Ja, eben. Wird auch interessant sein zu sehen, wie Baumgartel, wann und wie Baumgartel dann wiederkommt. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich meine, was man halt auch nicht vergessen darf, rein statistisch gesehen hat, der Werner gerade seine erfolgreichste Saison. Merkt ja. Also insofern auch da echt Fuß vom Gas. Die wollen den Druck haben. Die haben deswegen Sinze Profisportler geworden. Und du würdest ihn tendenziell eher verunsichern, denn stärken, wenn du ihn jetzt rausnimmst und sagst, der braucht mal eine Pause. Glaube ich nicht, dass das was bringt. Ja, gut. Habt ihr sonst noch was zu den letzten drei Spielen? Stimmt, einen Ausblick auf die nächsten Spiele können wir später noch machen. Ansonsten würde ich gerne noch mal auf die anderen Themen kommen, die wir uns heute vorgenommen haben. Gibt es von euch noch was zu den Spielen jetzt? Also ich glaube, dass wir länger über das Gladbach-Spiel gesprochen haben. Das war schon dem auch angemessen, weil das nochmal ein Unterschied war zu den anderen beiden Spielen. Ich denke, auf der Zeit sollten wir weitermachen. Genau, dann würde ich gerne noch ein bisschen über Jürgen Kramny sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, der Jürgen. Im Prinzip für mich, dass du ihn relativ gut kennst oder dass du ihn irgendwie auch schon länger verfolgst. Also mir kommt er im Fernsehen, das ist nur mal das, wo ich ihn meistens dann sehe, ein Interview ist sehr bodenständig rüber und auch sehr nüchtern. Ist im Gegensatz zu Zorniger, der ja immer eine große Klappe hatte. Ist er auch so, wie er im Fernsehen rüberkommt, und so bodenständig so ruhig, nüchtern? Ja, absolut. Absolut. Also kann ich wirklich nur bestätigen. Ich kenne ihn eigentlich seit er beim VfB ist. Damals noch zu Kick-Ass-Zeiten, weil wir damals eben auch schon über die U19, die er erst trainiert hat, berichtet haben entsprechend. Dann später wurde er relativ schnell dann Trainer von der U23. Es gibt auch gewissermaßen eine Vorgeschichte. Das heißt, mein Dad und sein Dad haben in der gleichen Firma gearbeitet, in Ludwigsburg. Also ich kenne die Familie Kramny schon ein bisschen länger als ihn. Und er ist im Endeffekt so, wie ich seinen Papa auch kennengelernt habe damals. Er ist bodenständig ehrlich. Du kannst dich zu 100% auf das verlassen, was er sagt. Er bescheißt keinen. Er ist einfach authentisch. und ist, wie es eben auch schwäbisch, schwäbische Mentalität ist. Er ist angenehm zurückhaltend. Er weiß, was er kann und muss es aber nicht jedem unter die Nase reiben. Es kann manchmal ein Fehler sein, habe ich ja vorher auch gesagt, dass man vielleicht manchmal als Schwabe oder als schwäbischer Fußballklub vielleicht auch mal mehr dazu stehen könnte, was man eigentlich kann. Aber was er vor allem sehr, sehr gut kann, ist einfach, den Einzelnen als auch in der Mannschaft mitzunehmen. Indem wie er ist, indem wie er sich gibt. Er macht klare Ansagen, er fordert viel ein. Er steht aber auch zu jeder Zeit zu dem, was er will und was er sagt. Und das ist bei jungen Menschen oder jungen Sportlern kommt es einfach sehr gut an. Weil es gibt keinen Unterschied zwischen dem Kramni vor der Kamera und dem Kramni am Dienstagmorgen bei Nieselregen und 5 Grad auf dem Trainingsplatz. Den gibt es einfach nicht. Der ist immer gleich. Der ist verlässlich irgendwo und schafft es eben so, eine Einheit zu formen, weil er sich nicht besonders nimmt, weil er sich nicht herausnimmt aus der Gruppe, sondern sich als Teil einer Gruppe sieht. Und das hat viele zu beigetragen, dass der VfB unter ihm jetzt so auftritt, lassen wir jetzt mal Mönchengladbach weg, wie er eben aufgetreten ist. Ist das dann der große Unterschied zu Zorniger, dass der vor der Kamera eher eigentlich Theater gespielt hat und dann eigentlich ganz anders war? Oder wie bewertest du da den... Oder ist es eigentlich nur, oder in Anführungsstrichen jetzt nur Kramni, der Grund, dass es jetzt aufwärts geht? Oder wie bewertest du das? Na, würde ich so hart nicht ausdrücken. Deswegen die Anführungsstriche. Ja, ja, schon klar. Nein, der Herr Zorniger ist zweifelsohne jemand, der die mediale Bühne gern hat. Und der, auch wenn man seine Vita ansieht, der sich als mittelmäßiger Oberliga-Kicker beim SV Bodenlanden hier auf den Filtern oben zu einem beinahe Bundesliga-Trainer hochgearbeitet hat, da machst du relativ wenig Gefangene, um diesen Weg so hinzubekommen. Und ja, er ist halt, hat auch mehr oder minder mit Kalkül, mit diesem Image gespielt. Ich bin jetzt hier der große Erneuerer und mache hier alles ganz anders und nur mein Weg ist der richtige. Und das macht Kramni eben nicht, vor allem, weil er bereit ist, Kompromisse einzugehen. Er sieht, was habe ich zur Verfügung, nicht nur Spielermaterial, sondern generell, was steht mir zur Verfügung und wie kann ich aus diesem Pool an Fähigkeiten, an Möglichkeiten das Optimale herausholen. Und dazu gehört eben manchmal auch, dass man sagt, ich kann vielleicht nicht zu 100 Prozent das machen, was ich machen möchte, dann muss ich es eben so machen, dass ich das, was ich habe, optimal nutze. Und der Herr Zorniger hat oftmals und gerne das Wort alternativlos bemüht. Und das ist, finde ich, generell, ob es jetzt im Sport ist oder auch so, Arbeit, Privatleben, das ist unangebracht. Weil nichts ist alternativlos. Es gibt immer einen zweiten, manchmal einen dritten und vierten Weg. Das Leben ist nicht schwarz-weiß, es ist grau hauptsächlich. Jetzt wird es philosophisch. Ja, aber es ist doch so. Ist das das Bier? Nein, es ist leer, aber nein, das ist es nicht. Also ich finde einfach, man kann nicht einfach, ohne links und rechts zu schauen, mit diesem Scheuklappen-Modus seinen Weg gehen und sagen, entweder so oder gar nicht, friss oder stirb, ist einfach nicht angebracht. Schon gar nicht, wenn ich als Newcomer zu einem Verein komme und sage, so, jetzt tanzen hier alle nach meiner Pfeife. Und das hat ihn schlussendlich alles gekostet. Und was natürlich Jürgens Vorteil ist, er ist nicht erst seit gestern in dem Laden, er kennt da die Befindlichkeiten, er kennt jeden vom Greenkeeper über die Frau an der Geschäftsstelle, am Empfangscounter, zur Putzfrau und sonst was. Er weiß, dass da Seilschaften existieren und welche das sind. Er kennt viele der Spieler, weil er sie schon entweder bei sich hatte in seiner Mannschaft oder vielleicht sogar schon in der Jugendmannschaft oder aber zumindest mehrfach die Woche auf dem Trainingsplatz gesehen hat. Und wie gesagt, Hauptpunkt, Hauptpluspunkt ist, er ist einfach authentisch. Und wenn du so bist, bekommst du was zurück. Das sieht man gerade. Die Mannschaft folgt ihm. Sie entwickelt mit durch ihn. Und was man da auch nicht vergessen kann, ist Kai, aber dazu komme ich gleich. Einfach ein Geist, der dann dazu führt, dass du gute Leistungen bringst. Und wie gesagt, Kai Oswald würde ich auch noch als sehr positiv anführen, weil er auch, er ist auch altersmäßig noch näher dran an der Truppe. Er war selber früher Profi. Er hat im Jugendbereich als Co-Trainer, Trainer fast alle Alters- und Entwicklungsstufen durchlaufen. Und ich habe schon ein paar Halbzeitansprachen im Schlins-Stadion gehört, damals noch als U17-Trainer. Da wäre selbst ich als Zuschauer durch den Feuerring gesprungen. Also der kann das. Der kann dich wirklich aufwecken, mitnehmen und zu Leistungen motivieren, zu denen du, oder wo du nicht dachtest, dass du dazu in der Lage bist. Und dieses Team, die Kombi funktioniert. Und insofern glaube ich auch, dass die ganze Konstellation ja so ist, dass man auch mal wieder noch in 18 Monaten von dem Trainer Kram nicht über den VfB Stuttgart sprechen kann. Das wäre nämlich auch eine meiner Frage gewesen, ob du ihn auch für eine langfristige Lösung hältst, weil das größte Problem, was der VfB ja sich denken kann, aber zumindest seit Fee hat, seit der Meisterschaft, ist ja diese Fluktuation auf dem Trainerposten. Ich meine, ich würde mich auch freuen, wenn der VfB... nicht nur auf dem Trainerposten, soll, wenn ich unterbreche, nicht nur auf dem Trainerposten, sondern generell auf Entscheiderposition. Das ist ja, ist die Reise nach Jerusalem reloaded jedes Jahr. Und Leistung und Erfolg erwächst im Wesentlichen durch Konstanz. Und Konstanz, nicht nur im sportlichen Leistungsbereich, also das, was du auf dem Platz siehst, sondern eben auch, können diese Menschen, die da wirken, wirklich wirken, indem sie die Zeit dazu bekommen. Und das, da sind wir wieder beim Thema Geduld, was eben im Profibereich vielen Vereinen abgeht. Und da hat der VfB ein ganz, ganz großes Manko. Ja, das ist halt das Anspruchsdenken, das man dann immer hat. Man kommt da irgendwie von einer Überraschungsmeisterschaft 2007, ist da eigentlich was ganz anderes gewohnt und findet sich dann jetzt die letzten, wie lange jetzt schon, vier Jahre, eigentlich immer mehr oder weniger Mittelfeld bis Abstiegskampf wieder. Das hat, glaube ich, dann schon auch eine ganze Weile gedauert, bis sich da das Umfeld auch mal dran gewöhnt hat. Und ich glaube eigentlich immer noch nicht, dass sich das Umfeld dran gewöhnt hat. Wenn man da jetzt mal, du hast Kontinuität angesprochen, schwieriges Wort nach einem Bier. Wenn man da mal Mainz anguckt zum Beispiel. Klar, Mainz ist ein kleiner Club, die können wurschteln, die haben nicht viele Ansprüche, sage ich mal. Aber da sieht man ja eigentlich, was daraus werden kann. Ich meine, die sind jetzt gerade auf Platz fünf mit, keine Ahnung, die werden 60, 70 Prozent von unserem Etat haben. Und das ist absolut krass. Wobei ich aber sagen muss, ich finde, man kann das nicht vergleichen. Wenn Mainz absteigen sollte, ist das für die keine Katastrophe. Wenn der VfB absteigt, ist das für den Verein, für die Fans, für das ganze Umfeld eine mittlere Katastrophe. Ja, aber das ist doch genau das, was ich meine. Da geht es halt um den Anspruch, den man sich irgendwann mal natürlich auch erarbeitet hat. Ja, klar, aber ich finde es nicht, dass der Anspruch, die Klasse zu halten, dass der zu hoch ist. Nö, ich auch nicht. Darum geht es aber auch nicht. Aber man hat es ja jetzt gemerkt, du gewinnst sechs Spiele und in der Kurve wird schon wieder von der Euroleague gesungen. Das ist Bullshit. Naja, das stimmt. Also das ist einfach zu früh. Hätte man jetzt die Spiele gewonnen und es wäre alles irgendwie gefestigter gewesen, dann hätte man mal langsam überlegen können, so wow, mal schauen, ob das dann gut gewesen wäre oder nicht. Ja, das ist einmal dahingestellt. ich glaube, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass sie uns langsam wieder nach oben kämpfen müssen und das muss man bei der Mannschaft sehen, das muss man beim Trainer sehen und das muss man auch bei den Fans sehen. Ja, ich habe nur mal ein Problem damit, gerade im Umfeld jetzt in den letzten Jahren eine überzogene Erwartungshaltung vorzuwerfen, weil wir kämpfen seit drei Jahren konstant nur gegen Abstieg mit einer Mannschaft, die es eigentlich, wie sie zwischendurch immer wieder bewiesen hat, besser kann. Also diese sechs Spiele oder auch die drei Spiele letztes Jahr, die kamen ja nicht aus dem Nichts. Die sind ja spielerisch dazu in der Lage, natürlich sind sie das. auch gut zu spielen und es gibt einfach verschiedene Rahmenbedingungen, wie halt, dass man halt einen Trainer wie einen Zorniger holt oder dass man nicht lang genug, ich weiß nicht, vielleicht hat auch Thomas Schneider damals die Kurve gekriegt. Ja, das sind diese Sachen, die einen einfach immer wieder zurückwerfen, verbunden auch damit, dass halt in der Mannschaft auch manche Sachen nicht funktionieren. Also das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass dann halt diese Mentalität sich auch in der Mannschaft verfestigt, naja, das Spiel gewinnen wir schon irgendwie. Ja, geht ja auch so, geht ja mit 70 Prozent und so. Genau. Aber ich finde es irgendwie lustig, um noch kurz darauf zurückzukommen, dass eigentlich dieser Trainer, dem man praktisch das Schwabentum medial sozusagen aus allen Poren floss, der sich gefreut hat, dass er endlich wieder schwämen kann, dass der praktisch sozusagen diese schwäbische Mentalität, wie du es genannt hast, auch dieses Ruhige und dieses Sachliche vom Kramni, was der Kramni jetzt an Taglieg eigentlich gar nicht so verinnerlicht hätte. Ja, nee, hat er nicht. Auch da kommt wieder das Schwarz-Weiß-Thema raus. Der hätte gut daran getan, einen Mittelweg zu nehmen oder wenigstens zu warten, bis das Gefüge stabil genug ist, um so eine Tour zu fahren. So von wegen, ich habe hier die dicksten Eier auf dem Acker. Dann musst du, das geht halt nicht dann, wenn deine Mannschaft oder deine Mannschaft, die du gerade übernommen hast, mit drei guten Spielen den Tod von der Schippe gesprungen ist. Sondern das kannst du halt dann machen, wenn du mal eine Saison lang solide gespielt hast, vielleicht so ein bisschen oben gekratzt hast und siehst, okay, ich habe hier eine solide Basis und Konstrukt und mit drei, vier guten Veränderungen und der entsprechenden Arroganz und dem Selbstbewusstsein, dann kann ich sowas machen. Aber ich kann es halt nicht machen, wenn ich hier ganz neu bin, auch ganz neu in einem Verein. Der kannte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht mal den Namen von der Empfangsdame und ist so aufgetreten. Und dass das dann nicht nur innerhalb der Mannschaft oder bei den Fans, sondern halt auch vor allem intern bei dem Team hinter dem Team und dazu gehört eben auch nur mal die Empfangsdame in der Geschäftsstelle und die Putzfrau und der Zeugwart und der Greenkeeper nicht gut ankommt und dann dementsprechende Konsequenzen hat, dessen musst du dir bewusst sein. Und das hat er entweder bewusst so hingenommen oder er war einfach auf Deutsch gesagt zu dämlich, um das zu kapieren. Ja, nochmal zurück zu Jürgen Kramny. Meinst du denn, also bei ihm ging es ja jetzt größtenteils bis her bergauf, was meinst du denn, wie er mit so einer richtig ausgewachsenen Krisensituation umgehen würde? Also ich sag mal so, wie sie Stevens Ende der letzten Saison sozusagen zu bewältigen hatte, beziehungsweise er steckt ja auch schon mit der zweiten dieses Jahr im Abstiegskampf, wenn man das in der ersten Saisonhälfte noch so nennen kann. Meinst du, ist dann auch so einer Krisensituation gewachsen? Absolut, weil er steckt in dieser Situation, seit er beim VfB zwei Trainer ist. Jedes Jahr spielst du mit einer quasi neuen Truppe, die zu großen Teilen aus 18-Jährigen besteht, gegen den Abstieg vom ersten Spieltag an. Und er hat es trotzdem in dieser Zeit immer geschafft, die Mannschaft A in der Liga zu halten und B ein, zwei, manchmal drei, vier Jungs zu entwickeln, die zumindest mal an die Tür geklopft haben oben. Und insofern ist das überhaupt nichts, was ihm fremd oder neu ist, sondern der würde die Situation genauso angehen, wie er jetzt die Situation angeht. Das macht für ihn keinen Unterschied. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass er auf den Reiz ein Stück weit steht. Weil es ist, ich glaube, es ist nichts einfacher wie eine Truppe zu trainieren, die durch ihre individuelle Qualität und ihr Standing einfach heraussticht und immer um die ersten drei, vier spielt. Das ist doch einfach. Das kann doch jeder. Also ganz ehrlich, das kann wirklich jeder. Auch wenn es sich das populistisch anhört, aber da brauchst du nicht viel, um das Level zu halten. Es ist, finde ich, viel schwieriger und für Menschen wie Kramnik, oder generell Trainer, ein Großteil derer zumindest, reizvoller zu sagen, ich nehme die schwere Aufgabe und mache die gut und bin auch damit zufrieden oder habe für mich meinen persönlichen Meistertitel gewonnen, wenn ich meine Mannschaft in der Liga halte und vielleicht ein, zwei entwickelt habe, die die Chance haben auf mehr. Insofern glaube ich nicht, dass es für ihn einen Unterschied macht. Nein. Das hört sich doch vielversprechend an. Es wird sich zeigen, wenn es dann so weit ist. Aber wenn du siehst, wie er die Aufgabe seit Dortmund am 29.11. angegangen ist bis heute, dann war da auch schon alles dabei. Da war da schon das komplette Paket dabei von, oh Gott, oh Gott, uns steht das Wasser unterkante Oberlippe bis hin zu, auch gerade läuft es und morgen reist wir die Welt auseinander. Insofern, er hat sich nicht dadurch verändert oder hat irgendwelche populistischen Maßnahmen ergriffen, die der Situation oberflächlich betrachtet angemessen gewesen wäre. Antonio hat einfach das gemacht, was er macht und das wird er auch weiterhin machen. Ja, Tom, hast du noch Fragen zum Jürgen und zu Kramni? Du siehst ja dann im Prinzip Kramni langfristig oder hättest ihn gerne hier, oder? Ja, ich gerne. Ich bin da auch, wie gesagt, ein Stück weit vielleicht befangen, weil ich ihn wirklich schon sehr lange kenne und weiß, dass er einfach ein sehr, sehr guter Typ ist, der dem Verein gut tut. Das ist halt auch mal das, das wäre einfach jemand für eine konstante, dauerhafte oder zumindest längerfristige Geschichte und nicht dieser Zampano, der hierherkommt, der den Kaderplanung bestimmt und nach sechs Monaten, 18 Monaten wieder weg ist und du hast danach irgendwie einen Gemischtwarenladen von Kader da rumstehen, mit dem keiner was anfangen kann. Also das ist eigentlich auch eher der Trainer, den eigentlich ein Dutt zum Beispiel braucht. Also die sind dann eher eigentlich, oder Dutt weiß sicherlich, was er an Kramni hat und es ist eigentlich der Trainer, den er braucht. Kann man das so sagen? Also dass das Dutt eigentlich ein, das klingt jetzt scheiße, aber eher einen schwächeren Trainer vielleicht braucht? Also klingt wirklich scheiße. Also halt kein so ein Motzki wie Zorniger, also eher einen ruhigeren Typen, um es vielleicht ein bisschen anders zu formulieren. Nein, ich würde es nicht an stark, schwach oder ruhig oder laut festmachen, sondern eher daran, wie sich Kompetenzen und Fähigkeiten ergänzen. Und ich glaube, da stimmt der Mix. Da ist, mit Dutt hast du jemanden, der beide Seiten gut kennt, der sowohl die entsprechende Ausbildung, Qualifikation hat, als auch ein Trainer zu sein und auch da schon so gearbeitet hat, auch erfolgreich zum Teil, auch wenn es schon länger zurückliegt, und der eloquent, intelligent und geschickt genug ist, die unnötige Wissen mitbringt, um die Sportdirektor oder Managerposition auszuführen. Und mit Jürgen hast du eben einen, der ein gutes Auge hat, der ruhig und besonnen ist, der in der Lage ist, eine Mannschaft zu führen, zu leiten und zu einer Einheit zu machen. Und ich glaube, dieser Mix ist es, der eine gute Kombination darstellt, auch wie gesagt, für eine Lösung, die nicht im Sommer zu Ende sein muss. Und in dem Moment, wo du, ja, das ist aber auch eine, das kannst du irgendwann über Henne und I diskutieren, also, aber ich bin der Meinung, es ist einfacher, gute Leistungen zu bringen und auch ein leistungsfähiges Umfeld zu erzeugen, wenn du zwei, drei Entscheider hast, die sich gut ergänzen, als wie wenn ich zwei, drei Entscheider habe, die so Feuer, Wasser sind, die auf ihre Weise und für sich und in ihrem Wirkungskreis vielleicht sehr gut sind, aber halt, ja, nicht so gut zusammenpassen. Und auch da wieder hatten wir ganz am Anfang Team-Gedanke. Ja, ich bin ein Kerl und so lebe ich, seit ich lebe, ich denke, dass, wenn man wirklich gut sein möchte, in einem Team gehört eben dazu, dass man Kompromisse eingeht, dass man sich unterordnet, dass man Teil eines großen Ganzen sein möchte und da seine Qualitäten einbringt. Als hier der Klassenclown zu sein oder der Effenberg, der hier, der Gockel auf dem Platz und sowas, das bringt alles nichts. Meines Erachtens ist es notwendig für langfristigen Erfolg, wenn sich gute Leute kontinuierlich auf einer Basis zusammenfinden, an einem Strang ziehen. Und ich glaube, dazu wären die beiden in der Lage. Gut. Ja, dann hoffen wir mal, dass Kramni auch langfristig Trainer bleibt. Ich würde es mir auch wünschen, weil es einfach, ja, mich kotzt, mich hat es in den letzten Jahren mehr und mehr angekotzt, dieses ständige Wechseln auf allen möglichen Positionen, Manager, Trainer, Präsident. Ja, ja. Nein, du hast da gesehen, wozu es führt. man sieht es doch ganz klar, man kann es sogar statistisch anhand einer Tabellensituation, anhand einer Punkteschnitt pro Runde, kannst du es festmachen. Seit 2-7 und der überraschenden Meisterschaft läuft es halt nun mal nicht rund und es ist kaum, vergehen anderthalb Jahre mit den gleichen Leuten auf den entscheidenden Positionen und dementsprechend stehst du da, wo du jetzt stehst und lass halt mal die Jungs in Ruhe arbeiten und hab halt auch doch mal die Geduld, dann durch durch den Tal zu gehen oder eine Delle mitzunehmen. Und wie gesagt, Geduld, Kontinuität sind zwei ganz, ganz wichtige Stichworte, wenn du mich fragst. Gut, wenn wir sonst nichts mehr zum Trainer Kramni haben, würde ich nochmal gerne auf den VfB 2 eingehen, mit dem du dich auch ein bisschen auskennst, wie wir schon gehört haben. Ich würde gerade mal gleich eine Hörerfrage einstreuen von Twitter. Ja, gerne. Und zwar der atjusfra10 fragt also direkt an dich, wem du vom VfB 2 den Sprung zu den Profis zutraust. Momentan jetzt oder in dem vorhandenen Kader. Genau, jetzt momentan. also prinzipiell rein auf dem Papier gesehen allen, sonst wären sie nicht in dieser Mannschaft oder in diesem Kader. Zieht man jetzt mal von Grütner Ratgep 4 ab, weil die fallen da raus. Aber jetzt wirklich mal auf den einzelnen runtergebrochen, ist es ganz, ganz schwierig, weil der VfB ist in diese Saison reingegangen mit dem größtmöglichen Umbruch, ich glaube 16 oder 17 neue, davon ein Großteil aus der eigenen Jugend, quasi die komplette A-Jugend, teils sogar die 17-Jährigen sind mit hoch und du kannst es gerade ganz schwer sagen, auch weil die Mannschaft es nicht schafft, sich den Gegebenheiten anzupassen. Was maßgeblich darauf zurückzuführen ist, dass die Jungen noch nicht den Schritt gemacht haben oder noch nicht alle, den sie hätten machen müssen. sie stehen jetzt nicht umsonst da hinten drin. Wenn ich einen herausgreifen müsste aus dem aktuellen Kader, der wirklich das Zeug hat, würde ich sagen, Max Besuschkopf, weil der wirklich alles hat, was du brauchst, um ein sehr, sehr guter Fußballer zu werden. Er hat die körperlichen Voraussetzungen, er ist technisch überragend, er hat einen linken Fuß, er hat einen rechten Fuß, er hat ein sehr gutes Auge, er ist jemand, was ich auch sehr, sehr schätze, der im Zweifelsfall lieber querlegt, als den selber zu machen. Also Mannschaft ziemlich einfach, er spielt schon lang genug auf einem sehr guten individuellen Niveau, spielt auch international für die deutsche Nationalmannschaft, ich kenne seine Mama und sein Papa, sind sehr, sehr ordentliche, bodenständige Leute. Also ich denke, er hat richtig die Voraussetzungen dazu, ein großer zu werden. Aber er hat natürlich auch das Problem, dass man ihm schon seit fünf, sechs Jahren sagt, hier Top-Talent, 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 ihm wirklich ständig suggeriert, Junge, du wirst, du musst und das kann eben bei einem 17-, 18-Jährigen halt auch mal dazu führen, dass man weniger macht, als man halt machen muss oder dass man sich vielleicht ein bisschen zu wichtig nimmt, als man eigentlich ist. Und sieht man jetzt gerade, also Tomei, Jürgen Kramnies Nachfolger, hat es auch da reagiert, die letzten zwei, drei Spiele, er hat den erstmal aus dem Kader genommen, hauck dich mal auf die Tribüne und so, obwohl er, glaube ich, was Tore und Vorlagen angeht, zweiter oder dritter Scorer ist im Kader in der Saison. Aber, also wenn ich jetzt, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt wetten würde oder müsste, dann würde ich auf ihn wetten. Ja, der ist mir auch schon früher aufgefallen, also ich habe immer mal so ein bisschen verfolgt, auch was die A- und B-Jugend macht und ich glaube, das war das vorletzte Jahr in der B-Jugend, wo er und der Owusu so unglaublich Tore geschossen haben. Ja, die waren überragend, die haben zusammen, glaube ich, 40 Buhnen gemacht, oder so, die waren überragend. Ja, genau, da ist er mir schon aufgefallen, ich meine, jetzt hat er in 25 Spielen drei Tore, sag mal, für den, der ist Jahrgang 97. Ja, und vor allem hat er Vorlagen, viele Vorlagen, also, und er ist der jüngere Jahrgang, also der könnte noch A-Jugend spielen. Ja, ja, insofern, ja, das ist, da bin ich auch mal gespannt, und wie gesagt, auf ihn würde ich mehr Aktien setzen, als auf Ferrati oder Ristl oder auch Wanicek, der hat einfach wirklich alles. Die ja auch schon Bundesligaspiele gemacht haben. Ja, natürlich, genau, klar, auch zu Recht, also es ist jetzt nicht so, dass die schlecht sind, ja, im Gegenteil, aber also wenn ich mir aus dem Quartett, oder nehmen wir mit Steven Sawa, mach mal ein Quintett draus, wenn ich mir aus dem einen aussuchen müsste, dann wäre es Max. Ja, jetzt haben die gewonnen am vergangenen Wochenende gegen die zweite von Bremen, 1-2-Tor von Krüttner. Ja. Hast du das Gefühl, das war so ein bisschen der Dosenöffner, dass es wieder aufwärts geht, oder? Nein, 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 absolut nicht, weil das war einfach nur überlebensnotwendig. Das wäre der gefühlte Abstieg gewesen, hätten sie ja verloren. Es ist ganz, ganz schade, dass sie, sie hatten vor der Winterpause in Münster gewonnen und haben gegen Dresden zu Hause einen Unentschieden geholt, hätten sogar beinahe gewonnen, wenn nicht, glaube ich, Dresden hat in der letzten Minute den Ausweis gemacht, durch einen scheiß verteidigten Eckball, ganz, ganz mies. Da hatten sie richtig Schwung, waren richtig gut drauf, haben wie aus einem Guss agiert und funktioniert und dieser ganze Schwung ist ihnen komplett abhandengekommen über die dreieinhalb Wochen Winterpause und ja, das Spiel gegen Bremen war einfach nur überlebensnotwendig. Jetzt wird Chemnitz, wird ganz, ganz wichtig, Chemnitz jetzt am Sonntag im Waldorfstadion, kann ich jedem empfehlen, da hinzugehen und zu unterstützen, wenn er kann und wenn er möchte. Chemnitz hat, glaube ich, vier Punkte mehr, die ziehst du richtig mit runter jetzt, die haben einen Trainer rausgeschmissen unter der Woche, haben Sven Köhler einen neuen Mann jetzt da, haben also vielleicht so ein bisschen den Hallo-Wach-Effekt, aber das könnte ein Schlüsselspiel werden oder ich bin sogar der Meinung, es wird das Schlüsselspiel. Wenn du verlierst, steigst du ab, wenn du gewinnst oder zumindest einen Punkt holst, hast du alle Möglichkeiten drin zu bleiben. Die Qualität, ist schon unglaublich wichtig, oder? Ich sehe das als unglaublich wichtig an, erstens mal oder primär aus reinem Eigeninteresse. Es geht darum, deine Nachwuchsleute und selbst wenn es nur einen pro Jahrgang schafft, ist irrelevant, aber es geht darum, deine eigenen Nachwuchsleute auf dem bestmöglichen Level auszubilden und es ist nun mal die dritte Liga und man tut Beispiel Ferrati zum Beispiel, den Jungs keinen gefallen, wenn man sie mit 16 aus populistischen Gründen mit ins Trainingslager nach Südafrika nimmt. Damit tut mir ihnen keinen Gefallen, was der Herr Fee gemacht hat. Oder der Herr Schneider war es, keine Ahnung, ich glaube einer von beiden. Damit tust du den Jungs keinen Gefallen, sondern tust ihnen damit einen Gefallen, wenn du sie mal 34, 70 Spiele gegen den Abstieg gegen Männer Fußball spielen lässt auf Äckern abends auswärts in Dresden oder in Magdeburg vor 15.000 fanatischen Leuten, damit tust du diesen Jungs einen Gefallen. Weil da können sie sich weiterentwickeln und daran können sie wachsen. Du tust ihnen keinen Gefallen damit, wenn du sie pamperst und hochholst und sagst, du bist jetzt hier ganz nah dran und so ein Scheiß und der Gewinn der Vorbereitung und so ein Blödsinn. Sondern Qualität ziehst du dir heran oder förderst du, indem du ihnen das bestmögliche Ausbildungslevel gibst und zwar über eine konstante Zeit und Dauer. Lasse unter der Woche bei den Profis trainieren und lasse dieses Level schon mal auf Trainingsniveau spüren. Kein Thema, aber sie müssen in der dritten Liga spielen, um dort 90 Minuten für 90 Minuten zu wachsen und zu merken, was gehört eigentlich dazu, Erwachsenen Fußball zu spielen. Siehst du das dann auch als oder andersrum gefragt, diese Durchlässigkeit nach oben wird ja auch oft kritisiert, dass relativ wenig Jungs es eigentlich schaffen und der VfB 2 so ein bisschen stiefmütterlich anscheinend behandelt wird, lese ich öfters mal bei Twitter und so. Ist das wirklich so oder sind das dann diese populistischen Entscheidungen, wie du sie jetzt gerade genannt hast, das Problem dann eigentlich, dass man die da nicht in Ruhe sich durch die Scheiße wühlen lässt, sage ich mal. Also ich nehme es nicht so wahr, dass die Jungs Vereinsintern nicht wertgeschätzt werden oder dass man dem VfB 2 nicht den Stellenwert einräumt, der ihm eigentlich gehört und was die Durchlässigkeit angeht, wir reden hier von Hochleistungssport und Hochleistungssport bedingt eben auch, dass die Auslese brutal ist und wenn man bedenkt, dass die U19 jedes Jahr einen kompletten Kader produziert, der dann zu U23 werden kann und davon schafft es 10 und dann hast du 2, 3 Jahre U23 bevor es dann weitergehen muss oder du musst eben weiter und zu einem anderen Verein, weil du die Altersgrenze überschreitest und da schafft es dann vielleicht einer, maximal 2 pro Jahr, dann ist das sehr, sehr viel. Das ist wirklich viel. Das unterschätzen eben manche, die sagen, da müssen ja jedes Jahr 5, 6 Mann vor der Türe stehen und klopft. Das ist nicht der Fall. Es schaffen eben nur die wenigen und die haben dann eben halt auch die Qualität, sich wirklich durchzusetzen. Sie sind ja nicht nach anderthalb Jahren verbrannt, ausgespuckt und ziehen weiter, sondern die haben wirklich die Chance, ein wichtiger Spieler für die Profi-Elf zu werden. Das ist einfach der normale Prozess, das gehört dazu bei so einer Ausbildungsmannschaft und was ich vorher noch vergessen habe anzuführen, was die Bedeutung angeht, der dritten Liga für den Verein oder es ist halt mittlerweile auch ganz, ganz wichtig im, ja, du holst deine Top-Leute aus der Region holst du mit 14, spätestens, eher 13 und wenn du denen nicht sagen kannst, du hast hier die Garantie, weil die kriegen sie beim VfB, wenn du die U19 durchläufst und wirst nicht ausgesiebt, dann hast du die Garantie eines Anschlussvertrages in der dritten Liga, den kriegst du garantiert, sie kriegen alle mindestens ein Jahr, sie dürfen es ein Jahr dürfen sie sich beweisen, das ist Usus beim VfB. Das ist ein unglaublich gutes Argument dafür, vor allem wenn man sieht, was Hoffenheim im Jugendbereich macht, das mit Karlsruhe, Heidenheim und so weiter, das da auch gute Jugendabteilungen da sind, die auch ihre Talente aus der Region ziehen, ist es ein unglaublich wichtiges Argument, einfach um Talente im Jugendbereich schon an dich zu binden oder es ihnen zumindest schmackhaft zu machen. Insofern wäre der Verein sehr, sehr gut beraten, wenn er alles daran setzt, den Klassenerhalt zu schaffen. Die Frage hatten wir dem Jens auch vergangene Woche gestellt, der sah das nicht so kritisch, aber ich habe auch das Gefühl, dass es gerade auch für die Nachwuchsarbeit und für die Jugend extrem wichtig ist, eine Mannschaft in der 3. Liga zu haben, auch einfach als Perspektive und als Anreiz auch, um die Leute zu holen. Ja, Tom, hast du noch was zum VfB 2? Wir reden schon wieder relativ lange, den Hörern quallen schon die Ohren. Ja, so ist es halt, wenn man was zu erzählen hat. Ne, wir können gerne zu den nächsten Spielen kommen. Genau, ja, nächste Spiel, wir hatten es vorhin schon angesprochen, jetzt morgen gegen Hoffenheim, meiner Meinung nach, ich würde mich ganz persönlich auch nicht mit dem Unentschieden zufrieden geben, das hängt aber primär mit dem Auftritt jetzt gegen Gladbach zusammen, ich möchte einfach von der Mannschaft sehen, dass sie in der Lage ist, auch gerade jetzt in so einer schweren Situation, gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim mit einem neuen Trainer, die sich gerade im Aufwärtstrend befindet, auch die zu schlagen und damit sozusagen diesen kleinen Negativtrend, der sich da gerade entwickelt oder beginnt zu entwickeln, wieder umzudrehen und ja, danach Ingolstadt hat man auch schon angesprochen, schwierig, schwierig zu bespielen in der Mannschaft. Ja, ich meine, Hasenhüttl ist ein sehr, sehr guter Trainer, der es seiner Mannschaft von Namenlosen, sage ich mal, auch vermittelt hat, bedingungslos nach gewissen Kriterien Fußball zu spielen, die jeder Mannschaft wehtun können in dieser Liga, auch den Bayern können die wehtun, wenn sie eben über 90 Minuten in der Lage sind, Topniveau abzurufen. Ja, danach ist Pause, das ist glaube ich erstmal Länderspielpause, zwei Wochen. Vier Punkte musste machen, finde ich, sechs solltest du machen, aber vier musste. Ich persönlich würde mir einfach wünschen, wünschen, dass man eine klare Reaktion sieht auf das, was da die letzten acht Tage passiert ist und dann bin ich auch überzeugt, dass die Ergebnisse dazukommen. Aber es muss in erster Linie muss da eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die mit allen 14 Mann, die da wahrscheinlich zum Einsatz kommen werden, die sich einfach verreißt, die wirklich dieses Rasenviereck bearbeitet und die einfach keinen Millimeter hinterher schenkt und schon durch ihr ganzes Auftreten dem Gegner symbolisiert, Leute, für euch gibt es hier heute nichts zu holen und das muss jetzt einfach zu sehen sein und dann ist es auch zu verschmerzen, dann wäre es sogar vielleicht eine Niederlage zu verschmerzen, wobei ich nicht glaube, dass sie eine kassieren, aber dann wäre für mich auch eine Niederlage zu verschmerzen, wenn du siehst, okay, wir hatten jetzt gerade hier eine Delle und wir sind uns dessen bewusst und sind bereit dazu, alles zu investieren, um das auszumerzen. Das würde mir persönlich reichen und ich denke auch, dass das kommen wird und das muss kommen, Tom, wie sieht es bei dir aus? Was erwartest du dir von dem morgigen Spiel? Ja, Philipp hat das einfach gemacht, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, also ich will auch sehen, dass die das kapiert haben, dass es scheiße war und dass man, ich will sehen, dass sie gewinnen wollen, ob sie es dann tun, ich meine, die Liga ist eng, das ist immer eine zweite Frage, aber wenn ich das sehe, bin ich eigentlich mit allen zufrieden und wenn sie das liefern, dann bin ich mir eigentlich auch relativ sicher, dass man mindestens einen Unentschieden holt oder eigentlich relativ sicher, dass man gewinnt. Ja, was tippt ihr denn für morgen? Ich hoffe inständig, sorry, du kannst auch ruhig... Nee, 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 hau raus, hau raus, hau raus. Also ich denke, dass es relativ eng wird und gehe so von dem 1-0 oder so aus. Also, er weiß nicht so recht. Ja, Philipp, was ist dein Tipp? 2-2. Mhm. Ja, ich tippe und hoffe mal auf ein 2-1, aber ich tippe sowieso selten gegen VfB, ich tippe höchstens unentschieden, aber ich tippe eigentlich selten auf Niederlagen. Ähm, ja, und, ähm, muss man halt schauen, ob die Mannschaft dann die Kurve kriegt. Gegen wen geht's da nach dem, ähm, nach der, ähm, Pause geht's dann gegen Darmstadt schon weiter, oder? Nee, ich glaub, davor kommt noch eins. Ich würde jetzt aber lügen, wenn ich's, äh, ich hab's sofort. Äh, äh, es geht gegen Leverkusen am 20.3. zu Hause. Genau, zu Hause gegen Leverkusen. Also, Stefan Kießling macht ein Tor, könnt ihr schon mal retten. Das wäre dann aber auch noch vor der Pause, ne? Das Spiel gegen Ingolstadt ist ja am 12., glaub ich. Ja, Leverkusen, dann ist erst die Pause, glaub ich. Dann ist erst die Pause, okay. dann geht's gegen Darmstadt, geht's dann, genau. Ja, dann ist Darmstadt nach der Pause, okay. Dann hab ich vorher einfach, äh, ja, lag ich falsch. Aber wie du vorhin schon ganz richtig gesagt hast, ähm, ich denk mal jetzt, äh, das morgige Spiel, das, äh, wird schon sehr aussagekräftig, auch wie's danach weitergeht, ob die Mannschaft jetzt nach diesem Negativerlebnis nochmal, ähm, irgendwie den, den Turnaround schafft. Ja, ich mein, du triffst halt eben auch auf einen Gegner, äh, der sich jetzt seit Nagelsmann Trainer ist, bedingungslos einem Weg verschrieben hat. Die spielen ihr Ding, die, die machen das, äh, die haben für sich, äh, eben entschieden, entweder wir gehen mit der Nummer hier, mit fliegenden Fahnen unter und steigen ab. Der darf auch absteigen, glaub ich, der Nagelsmann mit der Truppe. Oder wir schaffen's eben. Aber wir weichen keinen Millimeter von dem Weg ab, den wir, den wir hier gerade gehen. Das hast du gegen Dortmund gesehen. Da verlieren sie halt, weil der Rudi, eine völlig überzögende rote Karte bekommt, meiner Ansicht nach, von der Sperre mal ganz abgesehen, ähm, da verlieren sie deswegen. Und, äh, die anderen beiden Spiele haben sie gewonnen, glaub ich, und das in überzeugender Manier. Und die, und alle drei Spiele haben sie mit der gleichen, mit der gleichen, äh, Intensität, mit der gleichen Art und Weise angegangen und deswegen, die werden morgen auf Teufel komm raus, werden die ihr Glück nach, äh, suchen. Und, dessen musst du dir bewusst sein. Also einfach wird's auf jeden Fall nicht, da kannst du sicher sein. Nein, das ist korrekt. Ja. Dann würde ich gerade noch mal eine Hörerfrage einschmeißen, äh, und zwar von etsebi0878 zu möglichen Transfers, ähm, momentan steht dann, also was Zugänge angeht, auch nicht so wahnsinnig viel fest. Das wird, äh, Es ist ja auch noch ein bisschen, ne? Das ist noch ein bisschen hin. Also es wird von Zimmer, von Kaiserslautern, ähm, gesprochen, oder das ist, äh, nach, äh, STZ-Informationen, oder STN, ich weiß nicht, wie das war. STZ. STZ-Informationen schon relativ fix. Ähm, kannst du da, weiß da die Digital Unit schon mehr? Ähm, nein, äh, weiß ich nicht, außer dass eben, äh, aus lauter und klare Signale kommen, dass man, ähm, mit dem Tafelsilber Geld verdienen muss, mhm, um, äh, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und, da gehört der Kollege Zimmer eben dazu. Sie haben es die letzten Jahre schon mit, äh, dem Orban zum Beispiel genauso gemacht, ja, der jetzt in Leipzig spielt. Ähm, was, äh, ich noch gehört und gelesen habe, ist, äh, Żadkowski von Pauli, mhm, der wohl ein Thema sein soll, ist ein Achter, Verbinder, Verbindungsspieler, äh, kommt aus Bochum, ja, Bochumer Jugend, die auch gut ist, Siego Retzka und Kollegen, äh, Christoph Kramer. also, der, ähm, war früher auf der Zehn zu Hause und ist dann, äh, unter einem Zettel eh bald umgebaut worden und spielt in St. Pauli eine überragende Saison und, ähm, der erscheint. Ja, den habe ich gestern live gesehen. Ich auch, bei dem einen Freistoß, Ja, nee, ich habe auch das ganze Spiel mit einem Kumpel geguckt und, ähm, also, der würde dem schon hinterher trauern, St. Pauli-Fan, der Junge, und, ähm, der kann auf jeden Fall was, der Typ. Der hat, äh, Bei ihm frage ich mich so ein bisschen, ob es für die erste Liga reicht, so zwecks, ähm, er kommt mir relativ, ähm, nicht kräftig vor, sage ich mal, ist relativ, relativ klein, ist ein bisschen schmächtig, genau, ähm, spielt mega Ball, aber bin, bin wirklich gespannt, ob der, ähm, eine Verstärkung sein könnte. Ja, auch da ist eine Frage der Anspruchshaltung, ne? Ja, definitiv. Weil das sind einfach Jungs, auch der Zimmer, äh, wäre einer, das sind, die sind gierig, die wollen noch was erreichen, die haben keine zwei Meistertitel, äh, in der Tasche, die haben, ähm, kein, äh, Karriereende vor Augen, die wollen, und damit machst du im Endeffekt, finde ich persönlich nichts falsch. Naja, wobei so jung ist er auch nicht mehr, ne? Er ist 27, ja klar, oder 26 oder so, aber ja, alt ist es auch nicht, aber ja, eben, das ist das Nächste, was du heute bist ja mit, äh, bis gehörst du mit 26, 27 zu den alten Spielern, das ist ja lächerlich. Ja. Ich sag nur Pizarro. Ja. Jo, genau. Der ist älter als du, ne? Der ist älter als ich, richtig, genau, ähm, aber der spielt auch noch Bundesliga und nicht mehr Kreisliga B. Ja, das ist lustig, ne? Ich werde ja auch jetzt nächsten, nächsten Freitag 30, mittlerweile gibt es nur noch drei Spieler in der VfB-Mannschaft, die älter sind als ich. Ich weiß, wenn ich überlege, wie lange ich schon VfB-Fan bin und wie man dann schon gesagt hat, boah, mit 30, das gehört ja schon zum alten Eisen, mal gucken, unterschreibt den letzten Vertrag und so Geschichten. Ja, gut. Ähm, ja, ich wette, das ist auch, das ist Augustine. Ich wette, ich krieg die mit Live-Quietest. Ähm, ja, habt ihr sonst noch Themen, die wir ansprechen sollten, bevor wir zu unserer Wahl, zu unserer Wahl zum Spieler der Folge kommen? Ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass, ähm, zur Zukunftswerkstatt ein Beitrag bei VfB-TV, ähm, vorhin gepostet wurde, Gratisbericht dazu, ist vielleicht auch noch mal, ähm, bezüglich der Ausgliederung, weiß ich nicht, ob da drin was, äh, vorkommt, ich hab's nicht geguckt, aber es ist sicherlich ganz interessant, um sich da mal zu informieren. Genau, und wer sich noch weiter für das Thema interessiert und es vielleicht heute erst findet, dem kann ich auch noch mal unsere, ähm, extra Folge, ähm, ans Herz legen, die wir am Freitag vor der Zukunftswerkstatt aufgenommen haben, äh, gerne mal reinhören, da diskutieren wir mit zwei engagierten VfB-Fans auch zum Thema Ausgliederung. Vielleicht, äh, findet ja da der eine oder andere noch Informationen, die er bisher noch nicht hatte. Ja, wenn ihr sonst nichts mehr zu sonstigen Themen habt, ähm, wir haben jetzt auch sehr lange über die Spiele gesprochen, sehr lange über Krami und die zweite, ähm, würde ich dann zu unserem, äh, äh, allseits beliebten, ähm, zu unserer allseits beliebten Rubrik kommen, der Spieler der Folge, äh, äh, falls du das noch nicht, äh, mitbekommen hast, Philipp, wir wählen jeden, äh, jede Folge, äh, den Spieler der Folge, das heißt, der Spieler, dessen Rücknummer, ähm, mit dem, mit der, mit der Nummer der Folge korrespondiert, korrespondiert. Festrücknummern gibt's beim, äh, gibt's in der Bundesliga und damit auch beim VfB erst seit der Saison, äh, 1995, 96. Vorher hat man also einfach von 11, 1 bis 11 durchnummeriert, ähm, ja, und ich hab auf, äh, rundumdenbrustring.de, ähm, irgendwann mal so eine Statistik gemacht, wer wann welche, ähm, welche Rücknummer getragen hat und da ist in den letzten 20 Jahren einiges zusammengekommen. Ich sag mal so, die letzten, äh, Rücknummern, die waren ein bisschen prominenter besetzt, ähm, ich würd die einfach mal durchgehen, die Spieler, und dann können wir uns drauf einigen, welcher unser Spieler mit der Rücknummer 8 ist. Also es geht los mit Marco Haber, äh, bekannt unter anderem als, äh, als Mitglied des, äh, tragischen, tragischen Dreiecks, wenn ich's richtig in Erinnerung hab. Schönen Gruß an Ben. Ja. Äh, genau, der die Rücknummer von 95 bis 98 getragen hat, dann Michael Zeier von 98 bis 99, mittlerweile ist der, glaube ich, ist der bei den Kickers mittlerweile? Sportdirektor, der schon bei den Kickers, ja. Genau, genau. Und Gastronom in Stuttgart, ja. Dann von 99 bis 2003, Jens Tott, ähm, der mittlerweile... Sportdirektor des Karlsruher SC. Das ist, nur, ich sag ja, das ist, die Liste ist, äh, überschaubar sympathisch. Dann, ähm, von 2003 bis 2005, Jurica Frannes, der damals aus Bremen kam und nach Leverkusen ging, oder umgekehrt. Der hat auf jeden Fall bei beiden Vereinen auch gespielt. Ich glaub, der kam... Ich meine, er kam von Leverkusen, ging zu Bremen, ging dann nach Bremen. Ja, ja. Dann 2005 bis 2007, Daniel Bierauf kam, der, ich weiß nicht, wenn er noch spielt, ist er wahrscheinlich wieder bei den 60ern. Ich meine, er hat aufgehört. Ja, das steht, ich glaub, letztes Jahr oder so. Dann, äh, auch wieder in dieser kurze Amtszeit mit der Nummer 8, Alexander Fahnerüth. den haben wir nach dem... Ja, den haben wir nach der Meisterschaft geholt. Ähm, das war so eine von den Transfers, wo sich jeder gefragt hat, was wollen wir mit dem? Ja, ich sag nur, der Kfz-Mechaniker hat zugeschlagen. Genau. Der Fahnerüth, der spielt, glaub ich, noch, der spielt, glaub ich, bei Straßburg. Ja, da kam er auch her damals, meine ich. Dann, äh, Jan Schiemack, von 2008 bis 2010. Ähm, ja. War auch nicht so mit, ähm, mit Erfolg gesegnet bei uns. Äh, spielt, glaub ich, mittlerweile wieder in Tschechien. Ähm, dann von 2010 bis 2013 und damit eine der längsten, äh, Amtszeiten und mit dieser Rücknummer, äh, zu Stravko Kuzmanowitsch, der jetzt in Italien spielt, wenn ich, äh, richtig weiß. Ich meine, der spielt beim, beim FC Turin. Aber ich müsste es auch lügen. Ähm, ja, dann zwei Jahre lang, doch so lang war er bei uns, äh, unser Lieblingsspieler der letzten zwei Jahre, Moritz Leitner. Hahaha. Und seit dem vergangenen Sommer trägt es Lukas Rupp, die Rücknummer 8. Ja, aus dieser illustren Reihe, welcher ist denn euer, euer Spieler der Folge? Also ich glaube, äh, ganz klar Marco Haber. Es ist so die Zeit, äh, wo ich wirklich aktiv Fan geworden bin, also, oder wo ich, ähm, sag mal mal, mehr mitbekommen habe und ich kann mich noch wunderbar an das tragische Dreieck erinnern und ich glaube, für mich ist es definitiv der Haber. Philipp, wie schaut es bei dir aus? Stravko Kuzmanowitsch. Allein schon, weil der Name Poesie ist, ja, Stravko Kuzmanowitsch. Ähm, bei uns hat sich damals im Blog irgendwie der Spruch Kuzma Beste, äh, hat sich da irgendwie entwickelt. Ähm, ich hab den Kerl sehr gemocht, weil er einfach so ein bisschen so ein Schludry war, ja, mit überragendem Talent ausgestattet, aber er wird's nie wirklich weit bringen, auch wenn er bei Inter war und so weiter und so fort. Aber so dieses, dieses Tragische, äh, bringt er einfach mit, was gut zum VfB passt. Äh, hat eigentlich alle Anlagen, macht aber nicht wirklich was draus. Und, ähm, was ich auch, äh, sehr an ihm schätze, er war der letzte Spieler, der unser Trikot trug mit dem Brustring, der ein direktes Freistoßtor erzielt hat und zwar gegen Bayer Leverkusen. Ja. Äh, 2-10-11, sowas, keine Ahnung, oder was, nee, nee, warte mal, wann war er da? 2010 bis 2013. Ja, ja, das ist auf jeden Fall schon länger her. Ähm, ja, schön unter der Mauer durch, äh, rechtes Eck unten, ja, hat er gut gemacht und deswegen ist es mein Spieler der Folge. Ja, Tom, es tut mir leid, ich muss dich schon wieder, äh, überstimmen. Wie immer, wie immer. Ich hab den Tom schon bei der letzten Folge überstimmt, als ich Martin Harnik über, wen war's? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich kann mich auf, kurz mal auch, ähm, einschießen, das wär mal eine Top 2 gewesen. Ja, also ich muss also zum einen, ich hätte das nämlich, das sonst auch angeführt mit dem, äh, mit dem Freistoß und ich fand ihn auch immer sympathisch, der war irgendwie, ja, genau, so ein kleiner Schlutri halt, aber irgendwie, irgendwie fand ich ihn cool, aber du hast recht, der wird sich wahrscheinlich nie durchsetzen. Genau, ich hab mich, äh, gegen, für Martin Harnik und gegen Silvio Meissner entschieden. Bei der Folge 7, Silvio Meissner, der immerhin acht Jahre lang die 7 getragen hat beim VfB, ähm, was ja auch selten ist. Ja, ähm, dann ist von unserer Seite her, ähm, Stravgo Kuzmanovic. Der Philipp, sag mal nochmal den Namen, du, bei dir hatte das irgendwie einen geileren Vibe. Stravgo Kuzmanovic. Ah, Beste. Beste, genau. Sehr schön. Ja, dann ist von unserer Seite her der, ähm, eben genannte Spieler, der Spieler der Folge hättlichen Glückwunsch nach Turin oder wo immer er sich auffällt, aber, ähm, nicht nur wir, äh, entscheiden ab jetzt, wer der Spieler der Folge ist. Auch ihr habt die Möglichkeit dazu, ich werde, äh, im Nachgang zu dieser Folge entweder in den Beitrag zur Folge oder in einem separaten Beitrag eine Abstimmungsmöglichkeit auf dem Blog einrichten und da habt ihr alle die Möglichkeit, auch für Marco Haber zu stimmen und den Tom glücklich zu machen. Oder wenn ihr dann... Ich bin voll glücklich mit Kuzma Beste. Oder wenn's denn sein muss für Alexander Fahnerüth, das liegt dann ganz in eurer demokratischen Hand. Genau. Ja, dann noch einen kurzen, kurzen Hinweis. Wir hatten ja letzte Woche den Jens zu Gast. Der Jens, äh, dem hat das so, so gut gefallen, äh, in der Mikro zu sprechen, dass er jetzt gestern Abend, glaub ich, äh, das VfB-exklusiv-Fanradio gestartet hat und mit dem, äh, Benjamin von, äh, früher Goldman Sachs, jetzt tragisches, zwei, äh, tragisches Dreieck. Ja, der Marco Haber des, äh, des Bloggings. Genau. Ähm, dass die gestern auch ein Fanradio aufgenommen haben, äh, und das liste, die sehen das live. Äh, man kann sich auch jetzt noch bei denen auf der Seite anhören, hört da auf jeden Fall mal rein. Auch sehr interessant. Der Benni hat ja auch immer viel zu, viel zum VfB zu sagen. Ja, dann vielleicht noch ganz kurz, Tom, möchtest du noch mal den Leuten sagen, wo sie uns finden? Uns findet man auf rundumdenbrustring.de, bei Facebook unter facebook.com slash rundumdenbrustring und natürlich auch bei Twitter unter rundudbrustring. Also das Ad davor habe ich noch vergessen. Ja, genau. Philipp, wo findet man dich, wenn man dich kontaktieren möchte? Ha, kann ja vorkommen. Ja, kann vorkommen. Nein, man findet mich eigentlich primär bei Twitter. Also da ist es eigentlich am leichtesten mit mir in Kontakt zu treten unter at lpb12. Ansonsten in Möhring im Pressehaus und da gibt es diverse Möglichkeiten von Kontaktformularen über E-Mails mit uns oder mit mir in Kontakt zu treten. Aber am einfachsten ist es über Twitter, würde ich sagen. Sehr schön. Ja, dann Philipp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben schon wieder einen neuen Längenrekord gebrochen. Ja, ich sehe hier zwei Stunden. Über zwei Stunden. Zwei Stunden sehe ich hier gerade, ja. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Tom, es war auch wie immer schön, mit dir über den VfB zu sprechen. Ja, gleichfalls. Es war sehr schön mit Philipp und dir. Könnte man auf jeden Fall irgendwann mal wiederholen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, auf drei Punkte morgen und euch noch einen schönen Abend. Ja, auch danke, dass ich da sein durfte. Passt. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Also, ciao. 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 Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan-Podcast.